Hallihallo, dies ist der Versuch der Erstellung eines Tutorials How to Play Omsi. Hintergrund ist, dass manche Leute sagen, Omsi sei kompliziert. Omsi sei nicht benutzerfreundlich. Andere haben vielleicht schon einige Videos in Omsi gesehen und fragen sich, wie das mit der Bedienung genau funktioniert. Ich versuche das mal hier in Grundlagenschritten zu erläutern. Ich verwende dazu ausschließlich das Standardmaterial, was in Omsi bei der Auslieferung dabei ist. Denn es wäre wohl unfair, das an Erweiterungen zu zeigen, die ihr vielleicht als Neueinsteiger gar nicht habt. Wir fangen an mit dem Tutorial auf der Karte Grundorf. Das ist quasi die fiktionale Testkarte, die zusätzlich zu Berlin Spandau im Basispaket enthalten ist. Und ich habe hier oben auch schon ein Fahrerprofil angelegt. Ja, ganz innovativ. Let's Player. Dazu kann man sich dann die Personalakte anschauen. So sieht sie dann bei mir jetzt aus. Sie ist nicht mehr ganz taufrisch, wegen einiger Tests, die ich damit gemacht habe. Aber das soll jetzt auch egal sein. Einen Fahrer solltet ihr euch auf jeden Fall anlegen. Meine Empfehlung ist, getrennte Fahrerprofile nicht nur nach Person zu verwenden, die Omsi nutzt, sondern gegebenenfalls auch vielleicht ein experimentelles und ein normales Nutzungsprofil. Oder was man auch machen kann, da die Karten ja unterschiedlich perfekt gemacht sind und somit auf manchen Karten vielleicht eher Unfälle passieren, als auf anderen. Vielleicht auch pro Karte einfach ein Profil zu machen. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Ganz wichtig ist, wenn ihr eine Karte, die ja hier auswählbar ist, ich zeige das hier mal so mit der Maus, die Karte, die hier auswählbar ist, zum ersten Mal startet, müsst ihr das unbedingt mit der Einstellung Karte ohne Busse laden tun. Denn ansonsten taucht die Karte hier unter Umständen gar nicht auf, die ihr haben wollt. Die Funktion Letzten Stand der Karte laden funktioniert nämlich nur, wenn ihr die schon einmal benutzt habt und ob sie regulär beendet habt. Das heißt, ob sie die Chance hatte, den letzten Stand zu speichern. Wenn ihr gezielt im Spiel eine Position speichert, um das später, vielleicht nach einem Urlaub oder dergleichen oder vielleicht einfach nur nach einer Runde Schlaf wieder herzustellen, dann findet ihr die hier unter Gespeicherte Situation laden im Pulldown-Menü. Unter Karteninformationen bekommt ihr in der Regel ein Vorschaubild der Karte. Das kann direkt die Situation zeigen oder vielleicht auch ein paar Logos dazu. Und natürlich habt ihr unten eine kleine Beschreibung. Ansonsten habt ihr unten noch einen ganz wichtigen Button. Der ist beim ersten Mal wichtig. Da solltet ihr euch möglichst sinnvolle Optionen einstellen, um Omzi zu spielen. Wenn ihr das Gefühl habt, Omzi läuft nicht so ganz vernünftig, versucht es einfach mal mit den Vorgaben, die dabei sind, die sich auf PCs aus verschiedenen Baujahren beziehen. Allerdings habe ich den Eindruck, bei diesen Voreinstellungen handelt es sich um Vorschläge, die zwar zu dem PC-Baujahr passen könnten, aber nur wenn es dann in diesem PC-Baujahr auch ein wirklich sehr modernes und leistungsfähiges Gerät war. Im Zweifelsfall geht ihr vielleicht einfach einen Jahrgang zurück. Positionen stellt ihr unter anderem auch ein, wie ihr den Ticketverkauf handhaben wollt, also den Fahrscheinverkauf an die Fahrgäste. Das zeige ich mal ganz kurz. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, den Fahrscheinverkauf auf einfach zu stellen. Das ist die Methode, wo man schlicht und einfach auch per Tastendruck sagen kann, gib den passenden Fahrschein und gib passend Rückgeld. Schaltet ihr den auf erweitert, müsst ihr tatsächlich am Wechselgeld, an dem Zahltisch, tatsächlich die Tasten drücken für die einzelnen Münzen, die rauskommen sollen. Dann müsst ihr selber zählen. Schaltet ihr den Fahrscheinverkauf auf kein, gehen die Leute am Fahrerplatz vorbei und tun so, als hätten sie alle schon eine Fahrkarte. Das wäre mir jetzt eigentlich hier so zu das Wichtige. Auch ein ganz netzes Feature. Ich nutze es. Hier unten gibt es die Möglichkeit, aktuelle Zeit verwenden. Das heißt, beim Start von OMSI ist standardmäßig das Datum und die Uhrzeit genau auf das eingestellt, was ihr aktuell gerade habt. Nur das Jahr, das habe ich hier ausgelassen, weil dann stellt er nämlich das Jahr automatisch auf das Datum, das zu der geladenen Karte passt. Beispielsweise Spandau spielt ja in Berlin standardmäßig im Jahr 1988-89 und entsprechend springt er dann auf das passende Jahr. Aber die Jahreszeit, Sommer, Winter und dergleichen, das stimmt dadurch automatisch. Ich lasse jetzt die Einstellungen mal so, wie sie hier sind. Ich spiele als Let's Player. Ich spiele mit der Einstellung Karte ohne Busse laden in Grundorf, also in einer Ausgangsposition, so wie das beim ersten Start üblich ist. Und es gibt auf dieser Karte auch nur eine Linie. Das Einzige, was es an Besonderheiten gibt, wenn ich Grundorf starte, ist, ich habe auf Grundorf Haltestellenansagen. Die gibt es natürlich nur bei modernen Bussen und die gibt es in Grundorf normalerweise gar nicht. Das liegt daran, dass ich sie mir selber erstellt habe. Also wenn ihr Haltestellenansagen hört, die sind von mir. Grundorf hat eigentlich keine. Es sei denn, ihr holt euch irgendwo welche zusätzlich dazu oder macht euch die selbst. Jetzt sind wir in der Grundansicht, die wir hier haben. Das ist der Nordteil der Karte Grundorf. Nordspitze Bauernhof heißt das hier. Und wie ihr seht, ist es momentan auch recht dunkel, denn wir haben schon Abend. Das ist jetzt hier 20.27 Uhr und das sollte in OMSI jetzt auch so sein. In dieser Ansicht sind vielleicht schon viele von euch überfordert, weil sie sich sagen, okay, jetzt stehe ich hier und was mache ich hier? Also grundsätzlich, die freie Kartenkamera ist aktiv. Das heißt, ich kann mich hier umgucken und das ist es im Prinzip auch schon, solange ich jetzt keinen Bus erstelle oder irgendwelche Sachen auslöse. Ich könnte jetzt also mir im Voraus erstmal die Karte angucken, um mich zu orientieren. Das geht am allerbesten, wenn man sich noch etwas Hilfe dazu holt, nämlich die sogenannten Hilfspfeile, die einem sagen, wo auf der Karte die einzelnen Linien langführen und die einem durch ihre leuchtende Eigenschaft auch schon von Weitem zeigen, Achtung, hier kommt eine Haltestelle, bremst schon mal ab. Was als allererstes wichtig ist, ist die Taste Alt. Denn über die Taste Alt bekommt ihr die Menüleiste in Omsi. Ohne die geht recht wenig. Zumindest wenn man was einstellen will. Im Fahrbetrieb später braucht man sie natürlich nicht so häufig. Höchstens, wenn man einen neuen Fahrplan annimmt oder dergleichen. Ich drücke jetzt also einmal Alt und ihr werdet sehen, es taucht oben eine Menüleiste auf. Ich habe jetzt mein Aufnahmeprogramm extra so eingestellt, dass die mit aufgenommen wird. Das soll zwar nicht so performance-mäßig so gut sein, aber dafür sieht man es wenigstens. Und hier seht ihr oben eine ganze Menge Icons. Da sind auch gleich einige erschlagen vielleicht von euch und sagen, so viele Icons und wir wissen gar nicht, was sie bedeuten. Ich versuche mal ganz kurz auf die wichtigsten einzugehen. Das Zeichen hier klappt die Menüleiste stichten einfach wieder nach oben. Das passiert aber auch, wenn ihr Alt loslasst und irgendwo in der Karte herumklickt, dann ist die Leiste auch wieder weg. Hier kann man die Karte wechseln, auf der man gerade unterwegs ist oder eine gespeicherte Situation laden. Ich würde dringend davon abraten, die Funktion zu benutzen. Erfahrungsbelästigemäß belässt sie ein bisschen was von der alten Karte im Speicher, sodass selbst wenn ihr die gleiche Karte wieder ladet, etwas Arbeitsspeicher verliert. Ich würde eher um sie beenden und neu starten und die Karte beim Neustart auswählen. Hier könnt ihr eine Situation abspeichern, für den Fall, dass ihr später weitermachen wollt. Omsi kann das auch in einem automatisierten Verfahren, aber nach meinen Erfahrungen kriegt man hier unter Umständen etwas mehr Details abgespeichert. Man muss nach dem Wiederladen nicht so viele Sachen wieder einstellen. Über dieses Icon holt man sich einen neuen Bus. Über dieses Icon kann man einen Bus auf der Karte suchen und zu ihm hinspringen. Das Icon hier ist ausgegraut. Hier kann man den aktuellen Bus, den man gerade unter Kontrolle hat, quasi wegschmeißen. Der verschwindet dann von der Karte. Mit dem Pfeil-Symbol könnt ihr den Bus dorthin setzen, wo ihr ihn braucht. Jede Karte hat sogenannte Eintrittspunkte. Das sind Punkte, die ihr anspringen könnt oder die ihr auf einen Bus setzen lassen könnt, ohne dorthin zu fahren. Logischerweise geht das nur, wenn ihr keinen Fahrplan aktiv habt. Ansonsten wäre das ja eine Form von Cheating. Das hier ausgebrauchte Symbol mit der 92 hat den Sinn und Zweck, auf relativ einfache Art Liniennummer und Zielbeschilderung am Bus einzustellen, ist aber die absolute Anfängermethode. Ihr könnt die natürlich nutzen, aber kein Busfahrer würde das in der Realität so machen. In der Realität gibt es entweder Rollbänder im Bus, da gibt es dann in der Regel eine kleine Kurbel oder eine Zielsteuerungseinheit, die mit Tasten, wo ihr praktisch im Bus einstellen könnt, und welches Ziel angezeigt werden soll. Das zeige ich auch noch. Aber für den Fall, dass das mal gar nicht klappt, dass ihr gar nicht so richtig wisst, was ihr da macht, geht es auch hier rüber. Und bei ganz modernen Bussen, da geht das natürlich über das IBIS-Gerät, integriertes Bordinformationssystem. Da gibt man dann Liniennummer und Kursnummer beziehungsweise Routennummer ein und dann wird das Ziel auch automatisch korrekt geschildert, entweder indem sich die Rollbänder automatisch passend stellen oder aber indem die Zielmatrix dann entsprechend in der Punktschrift oder LED-Schrift das entsprechende Ziel ausschildert. Kleiner Hinweis dazu, wenn der Bus kein korrektes Ziel anzeigt, werden keine Fahrgäste einsteigen. Wenn da steht Betriebsfahrt, wird keiner einsteigen. Wenn da ein Ziel steht, wo die Leute nicht hinwollen, steigen die auch nicht ein. Das Symbol mit dem Schraubenschlüssel ist primär zur Nutzung für den Betriebshof gedacht. Es ist eine Reparatur-Vertilfunktion für den Bus, funktioniert unter Umständen aber auch, wenn ihr unterwegs seid, wenn irgendeine Fehlfunktion auftritt, sei es, dass ihr gerade einen Unfall hattet oder so, könnt ihr damit in der Regel die Grundfunktion des Busses wiederherstellen. Das Symbol, das hier ausgegraut ist, fällt mir gerade selbst nicht ein, was es für gewöhnlich ist. Da kommen wir sicher später noch zu. Und das Symbol hier ist ziemlich eindeutig. Das ist die Tanksäule. Wenn ihr an einer Tankstelle steht, typischerweise auf dem Betriebshof, könnt ihr den Bus damit tanken. Wenn ihr einen neuen Bus auf die Karte setzt, dann ist der Tankinhalt Zufall. Das heißt, es kann passieren, dass ihr einen Bus habt, der fast vollgetankt ist. Es kann auch passieren, dass der Bus fast leer ist. Wenn ihr dann eine längere Strecke fahren wollt, müsst ihr unter Umständen tatsächlich erst tanken. Das Symbol mit dem Martinshorn, mit dem Blaulicht, ist dazu da, die Polizei zu rufen. Das solltet ihr immer dann tun, wenn Omse euch mitteilt, dass ihr einen Unfall hattet. Das taucht typischerweise oben in der Statuszeile auf, die ihr bisher jetzt noch nicht zu sehen bekommen habt. Das kommt gleich noch. Wenn ihr die Polizei ruft, denkt dran, es kostet Zeit, denn die Unfallstelle muss ja erst geräumt und die Personalien aufgenommen werden. Das wird zwar nur kurz zusammengefasst simuliert, aber die Zeit geht euch in eurem Fahrplan verloren. Ihr habt hinterher eine Verspätung. Seht besser zu, dass ihr keine Unfälle habt. Als Unfall zählt in Omse ausschließlich die Kollision mit einem anderen fahrenden Fahrzeug. Parkende Fahrzeuge lösen Beschwerden der Passagiere aus, gelten aber nicht als Unfall in dem Sinne, dass ihr die Polizei rufen müsstet. Das ist hier sicherlich ein bisschen anders als in der Realität. Und Kollisionen mit Fußgängern, sofern ihr sie nicht irgendwo in der Konfiguration ausschaltet, verursachen lediglich einen Hinweis, aber keine Zeitverzögerung. Aber bitte fahrt die Fußgänger nicht um. Stellt euch vor, ihr wärt es selbst und würdet dann im Krankenhaus liegen oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr leben. Das Kopfsymbol ist das Symbol für die Fahrerakte. Die hatte ich eben gezeigt. Da hatte ich meinen Fahrer angelegt als Let's Player. Die kann man hier auch zwischendurch aufrufen. Das mache ich jetzt auch mal. Dann könnt ihr nämlich sehen, dass ihr hier jederzeit einen aktuellen Übersicht über euren Fahrzustand habt. Ganz wichtig ist hier in Omsi hauptsächlich einmal das Zählen der Unfälle. Unfall mit Fahrerflucht würde bedeuten, ihr seid weiter gefahren, ohne dass ihr den Unfall gemeldet habt. Es gibt sicherlich Fälle, wo ich schon sagen muss, das kann man mal machen. Es hat, auch wenn Omsi das ganz böse anruft, keine wirklich schlimmen Konsequenzen, außer dass der Zähler hier hoch geht. Ich halte das für gewöhnlich so, dass ich Unfälle, die ich selbst verursacht habe, melde und Unfälle, die mir andere beifügen, indem sie mir zum Beispiel hinten in den Bus rasen, was mir grundsätzlich als mein Fehler angelastet wird, was etwas unrealistisch ist, nicht melde, es sei denn, die Fahrzeuge sind mir für die Weiterfahrt im Weg, weil sie verschwinden natürlich nicht, solange ich die Polizei nicht rufe. Verletzte Fußgänger brauche ich nicht weiter erklären, ist klar. Jeder Fußgänger, der angefahren ist, mit mehr als 5 kmh erleidet schwere Verletzungen und ist daher nicht so gut. Und ganz wichtig ist die Bewertung des Fahrstils. Hier steht jetzt 100% erst rein, okay, ich habe jetzt nichts gemacht, was einen Fahrgast gestört hätte. Dieser Zähler wird auch nur dann aktualisiert, wenn tatsächlich Fahrgäste im Bus sind. Und der Fahrscheinverkauf und der Fahrgastkomfort wird auch gezählt. Beim Fahrscheinverkauf wird einfach nur ermittelt, was macht ihr für Fehler, gebt ihr versehentlich mal den falschen Fahrschein raus, habt ihr euch verzählt, mussten die Passagiere lange warten, dann gibt es da Kritik. Und der Fahrgastkomfort, der wirkt sich hauptsächlich darauf aus, ob es im Bus warm genug ist oder vielleicht sogar zu warm ist, ist Licht im Bus an, wenn es dunkel ist und dergleichen. Das wirkt sich auf den Fahrgastkomfort aus. Sonst machen wir das Fenster ganz schnell mal wieder zu, denn das ist jetzt ansonsten für die Simulation schon gar nicht im Rahmen eines Tutorials besonders wichtig. Gehen wir mal weiter oben im Menü. Das Symbol, was hier ausgegraut ist, dient dazu, einen Fahrplan anzunehmen. Das kriegen wir später noch. Das Symbol hier hat fatale Auswirkungen, wenn ihr es im falschen Moment nutzt. Es schaltet nämlich um zwischen euch als Fahrer und einem KI-Fahrer. Das heißt, ihr könnt einem Bus, sofern er in der Lage ist, von einem KI-Fahrer gefahren zu werden, da gibt es so ein paar feine Unterschiede, gebt ihr dem Bus nämlich einen KI-Fahrer ab oder aber ihr übernehmt ein KI-Fahrzeug, um es selbst weiterzufahren. Es gibt aber, wie gesagt, bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit das geht. Wenn ihr das im Detail wissen wollt, dann müsst ihr ein bisschen lesen. Das kann ich nicht alles im Rahmen des Tutorials erklären. Das Symbol hier, das werdet ihr lieben und schätzen lernen, Fragezeichen mit dem gelben Pfeil, schaltet die sogenannten Routenhelfer an und aus. Da sind sie. Jetzt können wir schon aus größerer Entfernung sehen, welche Haltestelle wo ist und wir kriegen hier Pfeile, Pfeilmarkierungen, wo wir langfahren sollen. Da gibt es zum allerersten zu erwähnen das sogenannte Terminus. Ein Terminus ist in OMSI-Terminologie stets die Endhaltestelle, das heißt, dort steigen normalerweise alle Fahrgäste einer Linie aus. Auf Karten mit mehreren Linien steht natürlich die Liniennummer dabei und unter Umständen auch, wie die Haltestelle heißt. Das haben die sich hier in Grundorf ein bisschen gespart. Da hinten an dem Symbol seht ihr die Linie 76 in Richtung Krankenhaus. Die soll hier nach links fahren, mit anderen Worten an diesem Platz wenden. Und die Einstiegshaltestelle, die ist hier. Die heißt Nordspitze Bauernhof. So heißt natürlich die gegenüberliegende als Einhaltestelle auch. Da steht es nur nicht bei. Und Halten bzw. Fahren tut hier die Linie 76. Wenn ihr eine Karte habt, auf der mehrere Buslinien unterwegs sind, das wird ja in der Regel der Fall sein, dann müsst ihr beim Fahren darauf achten, ob eure Liniennummer hier überhaupt dran steht. Wenn nicht, dann seid ihr entweder irgendwo falsch abgebogen oder ihr seid vielleicht in einem Schnellbus unterwegs, der gar nicht an jeder Haltestelle hält. Hier stehen Liniennummern immer nur dann dran, wenn ihr hier auch halten sollt. Ansonsten hilft ein Blick auf eurem Fahrplan. Hier haben wir ein Symbol über der Straße, das nur sagt, die 76 soll geradeaus fahren. Das ist hier irgendwie eigentlich auch selbsterklärend, aber da das eine Basiskarte ist, hat man das hier eingepflegt. Auf vielen Karten ist es üblich, dass nur Abbiegen angezeigt wird, aber nicht, wo man irgendwo geradeaus fahren soll. Das ist fast wie in der Fahrschule, solange der Fahrlehrer nicht sagt oder der Fahrprüfer wird geradeaus gefahren. Hier geht das entsprechend weiter. Die 76 soll nach links abbiegen, zum Krankenhaus. Lasst euch nicht irritieren durch dieses Symbol, das hat natürlich nur dann Bedeutung, wenn ihr zurückkommt, denn dann könnt ihr das vernünftig lesen. Manche lassen sich unheimlich davon irritieren, ja, hier stehen ja zwei Symbole. Welches gilt denn jetzt? Also grundsätzlich ist es so, dass dieses Zeichen natürlich nur gilt, wenn man Richtung Krankenhaus fährt und dieses nur Richtung Bauernhof, Nordspitze. Aber selbst wenn hier jetzt nur 76 stehen sollte, gilt für euch immer nur das Symbol, was ihr aus eurer Fahrtrichtung, also zum Beispiel von hier kommt, lesen könnt. Kommt ihr von hier, dann gilt natürlich das Symbol, das ihr euch nach rechts schickt. Wie ihr seht, ist hier durchaus ein bisschen KI-Verkehr, also computergesteuerter Verkehr, auch AI-Verkehr genannt, im Englischen unterwegs. AI-Traffic heißt es dann. Aber der soll uns nicht stören, mit dem sollten wir uns nur nicht anlegen. Und hier geht das weiter mit der Linie, Bahnhof-Nordspitze, gegenüber ist die entsprechende Gegenhaltestelle und die Route auf der Karte, hier geht dann weiter, Richtung Elsterplatz. Hier hat man links abzubiegen. Natürlich unter Beachtung der Ampel. Dann kommt Gaussdorf. Das ist eine recht kurze Linie, deswegen kann ich die kurz abfahren, ohne dass das zu lange dauert. Wie das geht, sage ich das auch noch kurz. Einsteindorf Ausbaugebiet. Dann kommt Einsteindorf Marktplatz. Und dann seht ihr, die 76 muss zum Krankenhaus nach links. Und da ist dann auch schon die Endhaltestelle und hier steht gerade der Bus der Linie 76, der automatisch zur Zeit verkehrt. Der Funks fährt so lange automatisch, wie ihr ihn nicht ablöst. Er fährt auch automatisch, wenn ihr den Bus nicht ablöst, sondern ihn ergänzt, also als Verstärkerfahrt. Hier gibt es wieder zwei Haltestellen, das ist nicht überall so, aber hier gibt es wieder eine separate Endhaltestelle für das Krankenhaus, Terminus genannt. Und es gibt hier einmal die Einstiegshaltestelle, wo die Leute vom Krankenhaus auf der Rückfahrt wieder einsteigen können. Warum hat man das getrennt? Weil der Bus an dem Terminus natürlich seine Pause macht, wenn er denn eine hat. Und erst wenn die Pause zu Ende ist, fährt er fort zur Einstiegshaltestelle, wo die Leute für die Rückfahrt einsteigen können. Na gut, hier der Pfeiler links. Ich weiß nicht, fährt irgendjemand von euch freiwillig in ein Haus hinein? Ich würde sagen, jeder fährt hier links, ohne dass das ausgeschildert wäre. Und hier geht es dann wieder zurück nach Einsteindorf Ausbau. Und wie ihr seht, fährt der Bus dann auch genau die Route zurück, die wir hergekommen sind, denn das hier ist nichts weiter als eine Art Wendeschleife um den Häuserblock. Einsteindorf Marktplatz gibt es nur in der Hinrichtung. Auf der Rückrichtung kommt man vom Krankenhaus direkt wieder nach Ausbau. Und wir können dem Bus jetzt mal folgen. Der wird der Zürich jetzt an jeder einzelnen Haltestelle hier anhalten und seine Fahrgäste mitnehmen. Oder sollte ich sagen, unsere Fahrgäste, wenn denn welche da wären. Hier steht gerade gar keiner. Die Leute laufen alle hier nur so durch die Gegend. Er dürfte niemanden finden, den er mitnehmen kann. Und schaut mal, er fährt sogar durch. Wow! Der Bus fährt durch unsere Kamera. Ja, wie bewege ich mich auf der Karte? Es handelt sich bei dieser Standardkamera hier um die sogenannte freie Kartenkamera. Die findet ihr auf der Taste F4. Mit F4 könnt ihr jederzeit auf diese freie Kartenkamera umschalten. Ihr solltet euch allerdings hüten, das bei voller Fahrt zu tun, es sei denn, ihr seid absolute Omsi-Profis und haltet den Bus auch dann noch unter Kontrolle, wenn ihr ihn vorübergehend unter Umständen gar nicht seht. Auf der freien Kartenkamera kann ich mich mit zwei Methoden bewegen. Ich kann einmal die mittlere Mausteste drücken. Bei manchen Mäusen drückt man auch direkt auf das Mausrad. Dann erscheint erscheint dieser Vierecksfall und damit kann ich jetzt die Karte durch das Bewegen der Maus drehen oder kippen. Das nützt mir alles recht wenig, wenn ich mich vorwärts bewegen will. Dazu lasse ich die Taste wieder los und klicke einen Zielpunkt, zum Beispiel hier hinten die Kurve mit der rechten Maustaste an. Dann zoomt die Kamera genau dorthin, indem sie sich dorthin bewegt. Es ist kein Vergrößern, sondern nur ein Dorthinspringen. Ihr seht, das passiert hier, wenn ich jetzt die Route abfahre, ich klicke immer wieder mit der rechten Maustaste. Das müsstet ihr als blaue Kringel zu sehen kriegen. Blaue Kringel heißt bei meinem Aufnahmeprogramm, die rechte Maustaste wurde gedrückt. Die linke Maustaste hat hier im Moment keine besondere Funktion, damit könnte ich höchstens Gegenstände anwählen, zum Beispiel, indem ich versuche einen Bus zu übernehmen. Was ich noch machen kann, ich kann die rechte Maustaste gedrückt halten und dann erreiche ich diesen Aufwärts-Abwärts-Pfeil, den ihr jetzt seht und damit kann ich jetzt tatsächlich zoomen. Ich kann also irgendwo ganz nah herangehen oder auch ganz, ganz weit weg und mir die Karte von oben angucken. Wenn es ein sehr großer Bereich ist, dann werden die Gebäude unter Umständen einen Moment nicht sichtbar sein, bis die Texturen geladen werden. Und wenn ich jetzt ganz weit rausgehe, dann seht ihr auch, die Karte ist natürlich nur so weit bebaut, wie das fürs Fahren auch notwendig ist. Niemand stellt hier mühsam Häuser auf auf so einer Karte, wenn die vom Bus aus bei der Fahrt nicht zu sehen sind. Also seid nicht enttäuscht, dass der Rest hier leer ist. Das würde nur Rechenleistung brauchen. Wenn ihr fahrt, merkt ihr davon sowieso nichts. Gleichmals kleiner Hinweis, manche meckern, wenn irgendeine Karte, die von Hobbyisten erstellt wurde, nicht perfekt ist. Oder wenn es heißt, ja, es soll eine neue Karte rauskommen für Omsi. Wann kommt die denn endlich? Leute, denkt mal dran. Erstens, die meisten Leute, die ihre Karten veröffentlichen, tun das für Nippes. Das heißt, es ist ein Hobby. Da gehen viele, viele Stunden rein. Und jedes Objekt, und ich meine wirklich jedes Objekt, manche Sachen, die einfach aussehen, bestehen aus mehreren Komponenten, müssen einzeln auf der Karte platziert werden. Und der Editor zur Omsi, um das zu erstellen, ist nicht unbedingt einfach in der Handhabung. Das kann man wirklich nicht sagen. Es gibt nicht mal eine Undo-Funktion, wenn man sich geirrt hat. Das heißt, wenn der Map-Bauer irgendwas versehentlich falsch macht, muss er unter Umständen mehrere Schritte zurück zu einem gespeicherten Zwischenstand und das kann er schon echt nerven. Also bitte etwas Respekt vor denjenigen, die Maps in ihrer Freizeit bauen und die kostenlos zur Verfügung stellen. Meckern dürft ihr echt nur, wenn es Geld gekostet hat. Ansonsten lasst das. Das macht man nicht. Ja, kurze Rede, langer Sinn. Ihr habt jetzt gesehen, wie man sich auf dieser Karte bewegen kann. Rechte Maustaste, um irgendwo hinzuspringen. Rechte Taste festhalten und Maus hoch runter bewegen zum Zoomen. Mittlere Taste beziehungsweise Mausrad halten zum Drehen und Schwenken. Und damit habt ihr zumindest schon mal die Möglichkeit, euch umzugucken. Der nächste Schritt wird es natürlich sein, einen Bus anzulegen. Also einen neuen Bus auf die Karte zu setzen. Ich mache das bewusst nicht mit dem Übernehmen des KI-Buses, indem ich den jetzt selber weiterfahre, weil das nicht immer geht. Und die sauberste Methode ist eigentlich, erstellt selbst einen Bus, nehmt einen Fahrplan an und der Bus, der gerade da auf der Linie unterwegs ist, der wird dann von der Haltestelle, wo auch immer er gerade wegsteht, sobald er seinen Teil des Fahrplans abgearbeitet hat, wegfahren, irgendwo ins Richtung Betriebshof und von der Karte verschwinden. Und wenn ihr den Fahrplan aufgebt, dann wird ein neuer KI-Bus erscheinen und die Fahrt fortsetzen. Macht am wenigsten Probleme und ihr habt die freie Buswahl, denn so könnte ich ja jetzt nur das Busmodell nehmen, was hier vorgegeben ist und das ist ja vielleicht gar nicht der, den ihr wollt. Ich werde jetzt bewusst mit einem ganz alten Busmodell anfangen, denn die Bedienung unterscheidet sich. Ich werde die auch für verschiedene Busmodelle zeigen, allerdings beschränke ich mich jetzt erstmal auf die Busse, die OMSI standardmäßig hat. Wir rufen jetzt über die Menüfunktion mal das Icon für einen neuen Bus auf. Das ist hier. Für die, die es englischen immer noch nicht mächtig sind, das sollte eigentlich in Deutschland gar nicht mehr der Fall sein. Da steht New für Neu. Das Symbol hat man nicht übersetzt, ich glaube, das wäre auch übertrieben. So sollte es eigentlich international verständlich sein. Das dauert jetzt ein kleines bisschen, das geht bei euch unter Umständen sogar schneller, denn ich habe eine ganze Menge Busse installiert und jeder Bus, der installiert ist, wird einmal gescannt. So, jetzt seht ihr auch schon, ich habe hier den Hamburger Stadtbus, der gehört zum Add-on Hamburg Tag und Nacht. Den wollen wir natürlich jetzt nicht, denn den habt ihr unter Umständen gar nicht. Wir gehen zu den MAN-Bussen, die standardmäßig vorhanden sind, zumindest teilweise. Den habt ihr auch nicht standardmäßig, das ist auch ein zusätzlicher. Standardmäßig dabei sind die SD200 bis SD202, allerdings ohne die RVB-Variante und ohne den D94, die sind auch extra. Die wollen wir jetzt also gar nicht berücksichtigen. Wir fangen an mit dem alten Basismodell, das ist der SD200 SD77, den hat jeder. Und hier können wir uns jetzt auch noch ein freies Design dafür aussuchen, wie soll der Bus lackiert sein. Das hat keine Auswirkung darauf, wie der Bus sich fährt. Das ist reine Optik, aber es ist halt etwas unrealistisch, wenn der Bus nur in seinen Basisfarben durch die Gegend fährt. In der Regel wird ja Werbung gemacht. Oder es ist vielleicht ein besonderes Painting drauf, das die Verkehrsgesellschaft widerspiegelt. Davon habe ich hier, wie ihr seht, auch schon ein paar. Spitterberg ist eine Verkehrsgesellschaft der Karte Spitterberg. Verkehrsverbund Kienzauerland gehört zur Karte Bad Kienzau. Alles unwichtig für euch. Ihr nehmt einfach eins, das euch gefällt und das ihr zur Verfügung habt. Ich nehme jetzt hier mal auch, ich nehme Lotto Toto Spiel 77. Das ist Werbung, die dürfte in etwa jeder kennen. Einfach nur Werbung für staatliche Lotto, dann bevorzuge ich hier auch keine Privatunternehmen oder dergleichen. Das tue ich nämlich nicht gerne. Ganz wichtig ist, ihr müsst den richtigen Betriebshof ausgewählt haben. Der muss immer passen zu der Karte, die ihr aktiv habt. Also zur Grundaufkarte nehme ich natürlich auch den Grundorfer Betriebshof. Wenn ihr auf der Karte Berlin unterwegs seid, dann nehmt ihr natürlich den Betriebshof Spandau. Das ist deswegen wichtig, weil OMSI sonst nicht weiß, beziehungsweise der Bus sonst nicht weiß, welches Linienrollband und welche Liniencodes in dem Bordinformationssystem zur Verfügung sein sollen und dann werdet ihr äußerst große Schwierigkeiten haben, die Linie korrekt zu fahren. Die Fahrzeugnummer könnt ihr euch frei aussuchen. Das ist nichts weiter als eine Wagennummer, die dann irgendwo auf dem Bus im Idealfall draufsteht. Es ist relativ egal, welche ihr da nehmt. Das ist rein kosmetisch. Ihr könnt allerdings sagen, er soll euch nur die Wagennummer anbieten, die zum Betriebshof der Karte gehören. Wie ihr jetzt seht, zu Grundorf sind gar keine speziellen Nummern hinterlegt, also lasse ich das aus. Ich nehme jetzt einfach mal hier die 2900 und lasse mir jetzt noch ein Kennzeichen einfallen. Nein, ein Kennzeichen eingeben ist nicht immer Pflicht. Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Ich lasse mir jetzt einfach eins einfallen und erfinde jetzt ja GR für Grundorf und ein M für den ersten Buchstaben meines Vornamens wie innovativ und füge die Wagennummer hinter ein. Ihr werdet unter Umständen feststellen, dass nicht jeder Bus diese Eingabe überhaupt übernimmt. Das klappt nicht mit jedem. Manche haben auch fest vorgegebene Kennzeichen und fügen zum Beispiel automatisch nur hinten die Wagennummer. Das ist eher ein reiner Kosmetik-Effekt. Ihr könnt euch da so ein bisschen drin verewigen, aber denkt dran, also in Deutschland fahren normalerweise die Busse schon mit Kennzeichen der Gemeinde und dann einem Kürzel, eventuell noch die Verkehrsgesellschaft betreffend und dann der Zahl dahinter. Wenn da jetzt einer hinschreibt, Hugo oder dergleichen, dann sieht das ein bisschen albern aus. Wir sind ja hier nicht bei den Truckern, wo die Namen der Fahrer hinter der Windschutzscheibe geklemmt sind und auf so ein Kennzeichenschild geprägt sind. Dann wählen wir OK an und werden gefragt, wo soll das Fahrzeug denn starten? Das sind die sogenannten Eintrittspunkte, die ihr auch hier oben über die Setzen-Funktion auswählen könnt, wer den in dem Bus nachträglich umsetzen wollt. Wie gesagt, das geht nur, solange ihr keinen Fahrplan aktiv habt. Und ich wähle jetzt mal als Startpunkt Nordspitze Bauernhof, wo ja auch der KI-Bus gerade steht. Nein, der wird den jetzt nicht in den KI-Bus hineinsetzen, sondern der setzt den dahinter. Ich wähle mal OK an. Das dauert einen kurzen Moment. Und jetzt haben wir einen Bus, der dem davor recht ähnlich sieht. Ist es der gleiche? Gucken wir mal. Nein, der ist noch älter. Wenn ihr mal schaut, der da hinten hat das Rollband oben über der Fahrertür und der hier hat es noch im Fenster. Also ich habe hier das älteste Modell und der da vorne ist ein bisschen neuer. Das soll uns aber nicht stören. Fahren tut der genauso. Der hat höchstens ein bisschen weniger Motorleistung, aber das ist bei einem Bus sowieso nicht so die Welt. Wenn ihr denkt, oh, so ein Riesenbus, der hat sicher hunderte Pferdestärken. Naja, so viel ist es gar nicht. Also der Bus liegt glaube ich um die 200 Pferdestärken und das hat so manches Auto und manches Auto hat mehr. Die fahren ja auch nicht auf Tempo. Die fahren eigentlich nur auf, ja, aufgrund des hohen Gewichts müssen sie ein bisschen Motorleistung haben. Ansonsten fahren sie in der Regel nur im Stadtverkehr. Die meisten Busse kommen auf 70, 80 kmh. Es gibt auch Busse, die kommen auf 100. Aber im Linienbusverkehr wird ja meistens sowieso nicht schneller gefahren. Wo soll man auch so schnell fahren, wenn alle paar hundert Meter nach Haltestelle kommt? So, mit dem Aufrufen des Busses sind wir jetzt in eine andere Kartenansicht gewechselt beziehungsweise auf eine andere Kamera. Das ist jetzt die Außenkamera des Busses, die habt ihr auf der Taste F3. Wenn ich auf F4 schalte, kann ich mich wieder frei bewegen. F3 ist an den Bus gekoppelt. Das heißt, egal welchen Winkel ich jetzt einstelle, würde der Bus sich bewegen, würde die Kamera folgen. Ich kann mich damit um den Bus herumdrehen, ich kann wie gewohnt ran- und rauszoomen und ich kann natürlich auch in den Bus hineingucken. Wenn ich ganz nah rangehe, dann kann ich mich natürlich auch ein bisschen von außen im Bus umgucken. Das ist unter Umständen dann auch ein bisschen erquicklicher, als wenn man sich nur innen umguckt, denn so kann man in fast jeden Winkel gucken, wenn man es geschickt anstellt. Und so kann man sich ganz gut orientieren. Die Kamera ist dann nützlich, wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, steht da noch Leute an der Haltestelle. Dann nehmt ihr so eine Ansicht, so wie ich es jetzt stehen habe. Wäre jetzt rechts von mir eine Haltestelle, könntet ihr recht gut beobachten, ob da Leute stehen, ob die ein- und aussteigen und dergleichen. Geht natürlich für den Profi auch von innen. Geht dann halt über Spiegel oder übers Umblicken, ist dann vielleicht nicht ganz so übersichtlich, wie wenn ihr das mal so macht. Dann wechseln wir auf die Innenkamera, das ist die Taste F2. Jetzt befinden wir uns im Fahrzeug. Das ist natürlich auch ein bisschen dunkel innen drin, weil es ja schon Abend ist. Und wir befinden uns hier auf dem unteren Passagierdeck hinter der hinteren Hintertür. Das heißt mit anderen Worten, wir sind fast am Heck des Fahrzeuges. Wir können uns hier auch mit der Kamera bewegen. Wir sind direkt an der Heckscheibe. Wir können uns hier umgucken, ob hier Leute sitzen, wie die Sitze gestaltet sind. Die sind eigentlich ganz nett gemacht. Wir können die Treppe sehen, die nach oben geht. Die verbirgt sich hier seitlich. Das ist so eine kleine Wendeltreppe. Davon hat dieser Bus auch nur eine. Das heißt, hoch und runter ist man sich unter Umständen ein bisschen im Weg. Die modernere Busse, die haben davon zwei. Die hinteren Türen sind bei den standardmäßig mitgelieferten Modellen, weil es ja sich um Berliner Modelle handelt, automatisiert. Das heißt, die steuert ihr nicht direkt, sondern ihr gebt sie nur frei und sperrt sie wieder. Das Öffnen und Schließen übernehmen die selbst. Die vordere Tür habt ihr unter eurer Kontrolle, denn die habt ihr ja auch direkt im Blick. Wie war das noch in Berlin, wenn da mal jemand noch halb in der Tür steht und die sich deswegen nicht schließt? Sagt der Fahrer, können Sie mal bitte aus dem Türbereich raustreten, wir kommen hier sonst nicht weg. Ja, die Kamera kriegt man übrigens in eine Grundposition zurück, wenn sie einem nicht mehr so gefällt, wie man sie angewählt hat, indem man die Taste C drückt. Wenn ihr jetzt weitere Ansichten haben wollt, nutzt ihr dazu die Cursor-Tasten im Cursor-Block und zwar die Tasten links und rechts. Ich gehe jetzt mal auf die Taste rechts mit jedem Schritt und ihr werdet sehen, dass sich meine Position im Bus verhindert. Jetzt habe ich zum Beispiel direkten Glück auf die hintere Tür. Das könnte ich mir jetzt zum Beispiel in dieser Ansicht stehen lassen, dann kann ich während der Fahrt mal nachgucken, ob hier noch jemand rein und raus geht. Ich kann noch einmal weiter gehen, jetzt bin ich im vorderen Bereich des Busses, gucke so ein bisschen schräg auf den Fahrerarbeitsplatz und auf die vordere Tür, die ich rechts an der Seite noch habe. Sehe natürlich auch, was vor dem Bus steht. Man kann natürlicherweise hier durchgucken, durch die Scheibe. Das wäre komisch, wenn nicht. Im nächsten Schritt bin ich auf dem Oberdeck dieses Busses. Das ist übrigens je nach Bus ein bisschen unterschiedlich, welche Kameras es gibt. Ein Oberdeck hat ja auch nicht jeder Bus, das ist ja halt ein Doppelstocker. Und kann jetzt hier vorne rausgucken. Das ist sicherlich ganz nett, vor allem wenn ich den Kamerawinkel ein bisschen drehe, dann kann man die ganze Fahrt von oben genießen. Man sollte nur nicht vergessen, wenn man selber fährt, ist der Blickwinkel von hier aus natürlich anders. Das könnte beim Lenken dem Unerfahrenen doch arge Schwierigkeiten bereiten. Und so kann man sich auch jetzt von hier von vorne umgucken im Bus. Das geht ganz nett. Und hier könnt ihr dann gleich auch ein bisschen ausprobieren, was man alles bedienen kann. Hier das zum Beispiel sind ja Klappfenster. Die kann ich hier auch ganz natürlich, indem ich die Anklage öffnen oder schließen. Aber denkt dran, die Leute achten auf den Komfort im Bus. Im Winter sollten die schon zu sein, sonst frieren die Leute hier. Hier ist keins. Gut, Grundposition wieder mit C und ich gehe mit den Pfeiltasten wieder weiter. Jetzt bin ich im Oberdeck im hinteren Bereich. Hier kann man auch sehen, hier angedeutet ist, die Treppenbereiche, wo es nach unten geht. Das sind keine besonders breiten Treppen. Ich weiß nicht, ob ich mich da lang trauen würde. Ich bin ein bisschen größer, ein bisschen breiter gebaut. Auch von hier aus kann ich natürlich Elemente, an die ich drankomme, bedienen. Auch hier kann ich mich umgucken, wie ich will. Und wenn ich nochmal drücke auf die Taste rechts, bin ich wieder unten. Soviel zum Rundgang durch den Bus. Das funktioniert mit jedem Bus in etwa gleich, deswegen zeige ich das auch nur einmal. Schlussendlich komme ich mit der Taste F1 an den interessantesten Platz, denn damit komme ich auf den Fahrerplatz und kann mich hier umgucken. Hier haben die Pfeiltasten eine ähnliche Bedeutung. Hier kann ich mich mit den Pfeiltasten einerseits umgucken. Zweimal nach rechts und zweimal nach links ist in der Regel interessant. Nach links unter Umständen auch noch ein drittes oder viertes Mal, um ganz weit nach links aus dem Fenster zu gucken. Die Taste nach rechts braucht ihr hauptsächlich, um die Tür zu sehen und den rechten Außenspiegel, den seht ihr standardmäßig nämlich nicht. Den linken Außenspiegel kann man meistens beim gerade ausschauen auch erkennen. Hier ist der sogar recht prominent sichtbar, bei manchen hängt der ein bisschen hoch, ist unterschiedlich. Das ist busspezifisch. Nachdem ihr nun wisst, dass ihr euch hier mit links und rechts umgucken könnt, gibt es auch hier die Möglichkeit, sich frei mit der Kamera ein bisschen zu bewegen von diesem Platz aus, um zum Beispiel hier das Gerät zu finden, womit man das Zielband einstellen kann. Das geht hier über ein Nummernsystem. Das ist also für die Außenanzeige bezahlt. Hier sind verschiedene verschiedene Ziele aufgelistet. Das ist kartenabhängig. Jede Karte hat hier einen eigenen Plan, es sei denn, er fehlt. Aber normalerweise steckt hier ein Plan mit den Nummern, die ihr als Ziel einstellen könnt. Gut, die üblichen Schilder während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen und so, die sind natürlich realistisch übernommen worden. Das ist ja auch nicht weiter schwer. Hier gibt es noch eine zusätzliche Kassenbeleuchtung. Die geht normalerweise auch automatisch mit der offenen Fahrertür hier an. Achso, nach links gibt es die übrigens nicht. Die gibt es schon wirklich nur hier für die Passagiere auf der rechten Seite. Da geht auch der Fahrer rein und raus. Dann habt ihr hier euren Zahltisch, wo ihr das Geld der Fahrgäste entgegennehmt, was ihr dann hier in die Münzfächer einsortiert. Das funktioniert ganz einfach, indem ihr mal die Münzen anklickt. Und dann könnt ihr natürlich hier über die Taste auch Wechselgeld geben. Das ist ein System, das basiert auf der D-Mark, die vielleicht manche ganz junge YouTube-Zuschauer gar nicht mehr kennen oder nur noch aus Berichten oder Erzählungen. Das war vor dem Euro, denn die Standardkarten aus Omsi spielen ja im Jahr 1988, 1989, da gab es den Euro noch nicht. Dieser Bus hier verfügt übrigens nicht über eine Taste für 5 D-Mark Münzen. Man könnte meinen, das sind Euro, nein, das sind 2-Mark Münzen gemeint. Und wenn ihr tatsächlich abgezählt Rückgeld rausgeben wollt, dann müsst ihr das machen, indem ihr diese Knöpfe hier drückt. Da gibt es zum Beispiel 2 Mark, 1 Mark, 50 Pfennig, 20, 10 Pfennig, Entschuldigung, 20 gab es nicht, 10 Pfennig, und 5 Pfennig. Habt ihr euch vertan und ein paar zu viel rausgegeben, nehmt ihr die hier einfach wieder weg. Und die Tastenreihe da drüber gibt mehrere Münzen auf einmal aus. 3 x 5, 3 x 10, die braucht man häufig. 3 x 50, hab ich noch nicht persönlich gebraucht, aber mag es ja geben. Und die beiden Tasten, die machen das anders, die geben 4 x 1 Mark, beziehungsweise 4 x 2 Mark raus. 4 x 2 Mark braucht man tatsächlich relativ häufig. Nehmt jemand ein Kurzstrecken-Ticket, das kostet meistens 1 Mark 70, und zahlt mit einem 10 Mark-Schein, na was gebt ihr raus? 1 x 8, und 3 x 10, das sind jetzt 8 Euro, äh, 8 D Mark 30, und dann habt ihr passendes Wechselgeld auf einen 10 D Mark-Schein rausgegeben, für die Kurzstrecken-Karte. Wenn der Fahrgast einen normalen Fahrschein nimmt, der kostet 2,70, da funktioniert es natürlich leider nicht auf dem Trick. Ich gebe das Beispiel an einer 10 D Mark-Note, das wären ja dann nicht mehr 8,30 Rückgeld, sondern nur noch 7, joa, da muss man halt ein bisschen drücken, ne, 1, 2, 3, 6, 7, 7,30, das wäre das Rückgeld. So, für zum Taltisch. Scheine könnt ihr hierüber nicht zurückgeben, ist mir jedenfalls nicht bekannt. Und 5 D Mark könnt ihr eventuell über Tasten kurz zurückgeben, es gibt aber auch Busse, die haben hier eine 5er, ein 5er Stapel für 5 D Mark-Stücke, nur dieser Bus hier eben gerade nicht. Hier seht ihr die einzelnen Fahrkarten, jetzt anhand des Berliner Modells. Die gebt ihr natürlich so raus, wie die Fahrgäste die wünschen. Wenn die einen normalen Fahrschein wollen, dann sagen die unter Umständen gar nichts, sondern legen nur Geld hin, das ist der hier. Das ist die Karte mit Umsteigererlaubnis, deswegen U, kostet 2,70. Dann gibt es die Kurzstrecken-Karte für 1,70. Das sagen die Fahrgäste dann. Oder eine Tageskarte, die kostet 9 Mark. Damit können die dann den ganzen Tag rumgucken. Kurzstrecken-Karte gilt in der Regel für 3 oder 4 Haltestellen. Dann gibt es hier noch die ermäßigten Karten für Schüler, deswegen S und Schüler-Kurzstrecke. Allerdings gibt es in OMSI bisher keine Kinder oder zumindest so gut wie nicht, es sei denn, man installiert sich irgendwelche Erweiterungen und ich habe es auch noch nicht erlebt in meiner ganzen Zeit, in der ich OMSI fahre, das sind schon einige Monate, dass man die Schülerkarten für irgendwas braucht. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal, wäre eigentlich ja realistisch, besonders wenn irgendwo eine Schule ist. Hier unten seht ihr das Heizungssystem vom Bus. Das zeige ich gleich noch ein bisschen genauer. Hier ist das Bordinformationssystem, das hat selbst dieser alte Bus hier schon, allerdings noch ohne Haltestellen-Ansagen, das dient hier eigentlich nur zur Steuerung des Entwerters. Dann habt ihr das eigentliche Fahrercockpit mit Lenkrad und ganz, ganz vielen Knöpfen, wobei das mit den vielen Knöpfen hält sich mit dem Bus auch noch in Grenzen. Ja, und das war es im Prinzip auch schon fast. Was haben wir hier unten? Es handelt sich um einen Automatikbus. Ihr seht, hier ist ein Gangwahl-Taster und ein Schalthebel gibt es nicht. Also haben wir hier Gas, Bremse, dann haben wir hier noch einen Knopf für das Abstellen des Motors gewöhnlicherweise. Das ist zumindest bei einigen alten Bussen so und das hier ist ein Taster für die Weiterschaltung der Haltestelle und für Ansagen, aber das ist hier bei dem Bus ja aufgrund des Alters nicht umgesetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob er hier noch bei dem IBIS die Haltestelle weiter sagt. Das ist möglich. Das fällt normalerweise beim Fahren nicht auf, ob es darüber geht, weil man das ja normalerweise per Taste macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand runter schwenkt, nur um mitten während der Fahrt da drauf zu drücken. Im Tacho hier habt ihr übrigens eine echte kleine Uhr. Es ist hier also kurz vor neun. Der Tacho geht bis 120 und jetzt sagt ihr euch, das kann man aber schlecht sehen. Macht nichts. Klickt einfach auf einen freien Bereich der Lenkrad-Säule und das Lenkrad ist vorübergehend ausgeblendet. Jetzt könnt ihr euch hier wunderbar umgucken. Der Kilometerzähler faszinierenderweise wird übrigens ungefähr danach eingestellt, wie weit der Bus realistisch schon gefahren ist und zwar vom Baujahr des Busses bis zum aktuellen Stand eurer Karte. Wenn ihr also im Jahr 2000 noch was einen solchen Bus auf die Karte stellt, dann kann das sein, dass der entweder hier schon über 900.000 Kilometer runter hat oder aber er ist unter Umständen schon ein paar Mal ganz rumgelaufen und hier vorne steht wie jetzt zum Beispiel wieder nur Null. Kann aber auch sein, dass der jetzt tatsächlich erst 83 runter hat. Über eine Million Kilometer kann er nicht anzeigen. Was haben wir hier? Wir haben hier zum Beispiel Anzeigen für den Druck. Das bezieht sich hauptsächlich auf die Grenze. Wir haben hier auch eine Grünwassertemperaturanzeige und eine Anzeige für den Spritvorrat. Sieht man jetzt natürlich noch nicht im Betrieb. Es gibt hier Taste für Warnblinker. Es gibt hier Taste die Warn vor zu niedrigen Betriebsdruck vor Fernlicht für den Blinker und die hier ist für den Haltewunsch. Wenn die aufleuchtet, heißt das, an der nächsten Haltestelle will jemand raus. Die Tasten hier dienen zum Anlassen und Abstellen des Motors. Dieser Zündschlüssel dient zum Einschalten der Elektrik und in dem Fall auch zum Einschalten des normalen Fahrlichts. Dieser riesengroße Hebel, den werdet ihr nur bei älteren Bussen hier finden, das ist die Feststellbremse. Damit sichert ihr den Bus, wenn ihr ihn irgendwo abstellt. Hier oben gibt es eine ganze Menge Einzeltaster, zum Beispiel für den Retailer, die Motorbremse, für Nebellicht, für Fernlicht, eventuell auch noch für die Scheibenwischer. Was haben wir hier alles? Wir können ranzoomen, es ist beschriftet. Scheibenwischer Waschfunktion mit zusätzlichem Wassersprüher, Intervallschaltung und dergleichen. Das liegt alles hier drauf. Ja, und natürlich die Innenbeleuchtung. Innenbeleuchtung unten, Oberdeck und Unterdeck. Einmal noch für die Vorordnung. Das Fahrerlicht für die Kasse, das braucht man normalerweise nicht. Das geht normalerweise automatisch an und aus. Die Gangwahl-Taster. Ja, was haben wir hier? Einmal rückwärts. Das muss man dann auch noch einmal mit R frei freischalten, damit es funktioniert. Dann habt ihr die Automatik. Gange 1, 2 und 3 automatisch nach vorne. Und wir haben eine Taste, den dritten Gang unterbinden. Das ist für Bergfahrten gedacht, wo der dritte Gang zu schwach ist. Da wird man zwar schnell mit, aber damit kann man keine Steigungen fahren. Hier gibt es noch einen Innenthermometer. Das hat nicht jeder Bus, aber viele. Momentan haben wir hier 15 Grad. Das ist übrigens den Leuten in der Regel zu kalt. Die Fahrgäste, die haben ganz gerne so Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad. Dann haben wir hier noch die üblichen Kandidaten, wie den Knopf hier links. Das ist der vordere Türflügel. Also, wenn wir rauszoomen, der hier. Und dann haben wir noch den rechten Knopf. Der ist für diesen Türflügel. Wenn ihr keinen Berliner Bus habt, sondern einen anderen, dann ist es in der Regel so, dass der linke Knopf hier beide Türflügel öffnet. Es sei denn, ihr sperrt das. Und der rechte Knopf für die hintere Tür ist. Das ist aber bei den Berliner Bussen nicht so. Bei den Berliner Bussen steuert ihr nur diese beiden Türflügel, dafür aber einzeln. Dieser Knopf hier ist ganz besonders wichtig. Das ist die sogenannte Haltestellenbremse. Die ist bei weitem nicht so stark wie die Feststellbremse. Hat aber den Vorteil, ihr könnt an der Haltestelle euren Fuß vom Bremspedal nehmen. Und ergibt gleichzeitig, wenn man ihn denn zieht, die hinteren Türen frei für den automatischen Betrieb. Das heißt, wenn ihr den Knopf zieht, können die Fahrgäste ein- und aussteigen. Zumindest hinten. Vorne seid ihr zuständig. Ist die Haltestellenbremse nicht gezogen, sind meistens auch die vorderen Türen gesperrt. Das heißt, erst Haltestellenbremse ziehen, dann gegebenenfalls vorne die Türen manuell öffnen und schließen. Die hintere Tür geht automatisch wieder zu. Wenn ihr die Haltestellenbremse löst und die hintere Tür ist noch offen, dann wartet die Haltestellenbremse das Freigeben der hinteren Türen ab. Das heißt, sobald die hinteren Türen zu sind, sperren sie sich und die Haltestellenbremse springt dann auch tatsächlich raus. Wenn die Haltestellenbremse angezogen ist, merkt ihr das relativ einfach. Wenn ihr nämlich aufs Gas drückt, werdet ihr feststellen, ihr kommt, wenn überhaupt, kaum vom Platz. Fahrer mit Haltestellenbremse kommt eben gar nicht gut. Ja, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein Mikro für Sprachansagen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich mit eurem Computer reden, erwartet aber bitte nicht, dass das in Omsi wiedergegeben wird. Bei diesem Bus sind Ansagen Fahrersache, das heißt mit anderen Worten, ihr selbst ruft in den Fahrgastraum die nächste Haltestelle, wenn ihr freundlich seid. Wenn ihr unfreundlich seid, lasst ihr die Leute die Haltestellen eben abzählen und darauf selbst achten. Moderne Busse haben dafür ein automatisches Ansagensystem, das ist hier nicht der Fall. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen damit beschäftigen, wie wir dieses Schätzchen denn in Betrieb nehmen. Der mag ja alt sein, aber der fährt. Wir gehen in die Kameragrundansicht mal zurück. Ich lasse es trotzdem etwas geschwenkt und ich blende das Lenkrad auch nochmal kurz aus. Ich werde alles, was ich jetzt mache, mit der Tastatur benennen, wie ihr es per Tastatur machen könnt. Ich werde es aber per Maus ausführen, damit ihr seht, wie es da geht. Als allererstes brauchen wir bei dem Bus, das ist ganz logisch, wie beim Auto auch, die Elektrik. Das geht, indem ich einfach mit der Maus, mit der linken Maustaste, den Schlüssel anfasse und ihn runterdrücke. Schwupp, die Elektrik springt an. Ihr hört die bekannte IBIS-Startmelodie, die habt ihr vielleicht auch in echten Bussen schon mal gehört. Das IBIS-System ist hier in der Grundeinstellung, zeigt noch nichts groß an. Und wir haben hier natürlich eine Warnlampe, dass Betriebsdruck fehlt und der Motor noch nicht wirklich läuft. Also mit anderen Worten, Öldruck fehlt auch noch. Das Funkgerät, das hier hinten imitiert wird, aber keine besondere Funktion hat, zeigt auch an, dass es Strom hat. Hier oben zeigt sich noch nichts weiter. Und wenn wir von außen gucken, wird der Bus auch noch ziemlich dunkel sein. Da tut sich noch gar nichts. Also mit F1 wieder zurück ins Cockpit. Dann starten wir mal den Motor. Das geht hier mit dieser Taste. Der Motor läuft. Zumindest ein Minimum an Betriebsdruck ist da. Bei manchen Bussen gibt es hier auch noch einen kleinen roten Stift, der erst zur linken Seite wegklappen muss, damit, wenn ihr genug Betriebsdruck erreicht habt, einen Bus mit etwas zu niedrigem Betriebsdruck zu bezeigen, ist gefährlich, denn dann habt ihr Probleme mit den Bremsen und den pneumatischen Türen. Pneumatisch heißt, die Türen arbeiten in der Regel mit Druckluft. Bei den moderneren Bussen sind sie elektrisch. Ich persönlich mag das mit Druckluft lieber. Das scheint mir weniger fehleranfällig, denn so eine Elektrik, wenn einer die Tür festhält, ist wahrscheinlich schnell die Elektrik kaputt. Und außerdem hat so eine pneumatische Tür natürlich auch ganz ordentlich Kraft. Also wenn ihr die versucht aufzuziehen und der Bus hat Druck, dann dürft ihr euch aber anstrengen, sonst schafft ihr das gar nicht. Die Druckanzeigen hier klettern jetzt auch langsam. Das heißt, der Bus baut auch im Leerlauf schon relativ gut Druck auf. Wenn ihr das beschleunigen wollt, gebt ihr ein kleines bisschen Gas. Solange er im Leerlauf ist, passiert ja nichts. Dann geht das mit dem Betriebsdruck etwas schneller. Jetzt kann ich hier zum Beispiel testweise die Zusatzheistung anschalten oder den Warnblinker. Das geht hier einfach per Knopfdruck. Was ich eben gemacht habe, solltet ihr natürlich auch per Tastatur wissen. Die Elektrik geht mit der Taste E an und aus. Den Motor startet ihr mit M und mit M stoppt ihr ihn auch wieder. Wollt ihr das per Maus machen, ist hier der obere Taster zum Stoppen da. Den muss man allerdings auch ein bisschen festhalten, bis der Motor steht. Genauso beim Starten. So. Läuft wieder. Warnblinker ist die Taste B. Die Zusatzheizung weiß ich nicht, ob die ein Hotkey hat, aber da drücke ich gegebenenfalls dann doch so drauf. Die Haltestellenbremse ist hier. Die geht mit der Minustaste auf dem Numpad, also auf der Zahlentastatur. Die Feststellbremse ist der normale Punkt. Geht natürlich auch per Maus, indem man das Ding hoch und runter zieht. Da der Bus hier eben steht, besteht jetzt keine Gefahr, wenn ich den jetzt gelöst lasse. Ja, und wie ich sagte, die Türen funktionieren natürlich nur, wenn die Haltestellenbremse anliegt. Das heißt, der Knopf muss gezogen sein. Dann kann ich hier drauf drücken und die Türen gehen auf. Drücke ich nochmal drauf. Rechts zu, links zu, sie schließen sich wieder und dann kann ich die Haltestellenbremse durch Drücken wieder lösen. Also gedrückt ist gelöst und gezogen ist Haltestellenbremse wirkt. Um das per Tastatur zu machen, das Minus auf dem Numpad löst die Haltestellenbremse aus. Der Geteiltstrich, also der Schreckstrich über der 8 aktiviert den Knopf für die vorderen Türflügel und das Sternchen, das Mahlzeichen löst die rechte Tür. Wenn ich das Ganze an der Haltestelle richtig schnell machen will, dann mache ich das folgendermaßen. Den Stern, den Schrägstrich und das Minus. Zack, Türen zu, Haltestellenbremse gelöst. Umgekehrt komme ich an der Haltestelle an, Minus drücken, Haltestellenbremse aktiv, Schrägstrich und Stern, um die beiden Türen zu öffnen. Übrigens, wer diese Busse kennt, der weiß, dass in der Regel der linke Türflügel die größere Gummilippe hat und die legen sich normalerweise so korrekt ineinander, dass man erst den rechten Türflügel schließt und dann die linke Tür um diesen Türflügel herumgreift mit der Gummilippe und dann tatsächlich luftdicht verschließt. Macht ihr das falsch rum, würden bei einem älteren Bus es tatsächlich so passieren, dass die Gummilippen unter Umständen falsch zusammenliegen und dann wird die ganze Gummilippe etwas verbogen. Also das mache ich normalerweise dann realistischerweise nicht, sondern ich schließe erst den rechten Flügel und dann den linken. Bei Bussen, die über einen Knopf beide Türflügel ansteuern, werdet ihr feststellen, geht das automatisch richtig. Das ist jetzt aber schon fast was für den Profi. Da werdet ihr in den meisten Fällen nicht drauf achten. Zumindest nicht am Anfang, denn dann habt ihr jede Menge andere Sachen im Kopf als das. Dann brauchen wir natürlich um fahren zu können bei Dunkelheit Licht. Das Licht, wie intuitiv, ist auf L beziehungsweise wenn ich den Schlüssel drehe. Bei manchen Bussen ist dazwischen noch eine Zwischenstellung. Jetzt ist nämlich das Licht nur als Standlicht an. Das sieht man jetzt, ist zwar alles beleuchtet, aber nur schwach. Und das eigentliche Fahrlicht, was L auslöst, geht mit der Stufe weiter. Das ist das eigentliche Fahrlicht. Da seht ihr, da könnte man jetzt richtig mit durch die Gegend fahren. Das sieht man ordentlich. Taste L Licht an und aus. Gangwahl-Taste, ja, das ist ziemlich einfach. Der Bus hier kennt nur die normalen Fahrstufen. Ich lege jetzt nochmal die Feststellbremse rein, damit er mir nicht wegrollt. Ich kann D drücken oder eben die Taste, die sich bewegt hat, um die normalen Fahrbetrieb einzuleiten. N neutral, um die wieder rauszunehmen. Mit R bekomme ich den Rückwärtsgang. Kann ich auch mit N wieder lösen. Oder aber ich drücke die Taste 2, dann ist die Taste 3 gesperrt, also der dritte Gang gesperrt. Es gibt auch Automatiksysteme, die haben Tasten 1, 2 und 3. Da ist 3 dann der normale Fahrbetrieb und 2 ist der jetzige Zustand und 1 ist für extreme Bergfahrten nur in der ersten Fahrstufe. Also DNR für vorwärts, neutral, rückwärts und hier bei diesem Bus noch die Taste 2. Dann kriegt sie übrigens hier auch mit der 2 wieder raus in diesem Fall für den Berggang. Was brauchen wir noch? Wir brauchen den Blinker. Den Blinker seht ihr als Hebel. Versucht ihn nicht mit der Maus zu bewegen, es geht nicht. Der Blinker wird bei der Tastatursteuerung ermöglicht über die Taste 7 auf dem Zahlenblock. Der Dezimalpunkt oder das Dezimalkomma auf dem Zahlenblock löst den Blinker wieder und die Taste 9 schaltet ihn nach rechts. Blinker Leuchte vorne gibt es nur eine im Cockpit. Ihr seht also anhand der Blinkenlampe nicht, ob der Blinker rechts oder links an ist. Außen am Fahrzeug sieht man es logischerweise. Machen wir das mal in der Außenansicht. Blinker rechts, Blinker links, Blinker aus. Warnblinker mit B auch ganz deutlich funktioniert. Streng genommen müsst ihr natürlich bei jeder Fahrt prüfen, ob die Lichter alle funktionieren. Ja, ich weiß, jetzt geht es sich noch ein bisschen zu weit. So, was brauchen wir noch? Wir müssen wissen, wie wir Gas geben, bremsen und lenken. Dazu blicken wir das Lenkrad jetzt wieder ein und zeige mal, wie das funktioniert. Erstmal per Tastatursteuerung. Ich finde es eigentlich ein Undingen, einen Bus zu fahren, anders als mit einem echten Lenkrad, das an den PC angeschlossen ist. Also ein PC-Lenkrad. Ich selbst verwende dazu einen Leiten Logitech Driving Force GT, das ist ursprünglich für die Playstation entwickelt, aber Logitech hat da auch eine hervorragende Software, um das am PC zu nutzen. Ist für einen Bus schon fast ideal, weil es nämlich keine Kupplung hat. Die Busse sind ja sowieso automatisch meistens. Es gibt natürlich auch Schaltwagenbusse, die sind dann mit dem Driving Force GT unter Umständen ein bisschen eingeschränkt zu nutzen. Aber es gibt ja auch noch das G27-Lenkrad von Logitech. Ich persönlich mag es nicht besonders, aber wer eine Kupplung haben will, der nimmt natürlich das G27. Ich zeige das jetzt als allererstes in der Annahme, dass ihr vielleicht kein Lenkrad habt mit Tastatur. Um Gas zu geben, ich zeige das jetzt hier an dem Pedal auch, damit ihr die Wirkung sieht. Per Maus geht es nicht. Also zumindest nicht, indem ihr da jetzt draufklickt. Das Gas geben erledigt ihr mit der Zahlen-Tastatur-Taste 8, also auf dem Numpad. Sobald ich die 8 antippe, bewegt sich das Pedal nach unten. Halte ich die 8 längere Zeit fest, geht es weiter nach unten. Für eine Vollgasfahrt drücke ich also einfach längere Zeit die 8. Bei der Bremse ist das ein bisschen anders. Die Bremse, die bleibt in ihrer letzten Stellung. Das heißt, ihr könnt durch leichtes Antippen der 2, vor allem durch kurzes Antippen der Taste 2, in ganz feinen Intervallen immer stärker bremsen. Ihr seht, jedes Mal, wenn ich die 2 antippe, geht das Bremspedal ganz leicht runter. Das hat den logischen Sinn. Ihr sollt natürlich an der Haltestelle nicht mit Vollbremsung anhalten, sondern sanft bremsen, ansonsten meckern die Fahrgäste. Lösen könnt ihr die Bremse, indem ihr ganz kurz das Gas antippt, also die 8. Puff, jetzt ist das Bremspedal wieder gelöst. Im Falle einer Notbremsung haltet ihr die Taste 2 natürlich fest, bis das Pedal ganz unten ist, denn im Zweifelsfall ist eine scharfe Bremsung einem Auffahrunfall immer noch vorzuziehen. Die 8 löst auch hier durch ganz leichtes Antippen wieder die Bremse und wenn ihr die 8 länger drückt, kommt ihr auch wieder vom Fleck. Also, Blinker links ist die 7, Blinker rechts ist die 9, das Komma ist Blinker aus und die 8 ist fürs Gas. Die 2, schön in Etappen fein vorsichtig gedrückt, ist die Bremse. Als allernächstes müsst ihr aber auch noch lenken können. Schockierend, ich weiß. Lenken per Tastatur hat einen ganz, ganz großen Nachteil. Die Lenkung ist zwar recht gut gemacht in Omsi für die Tastaturbetrieb, aber so ein Lenkrad zählt mal mit, dreht sich in jede Richtung fast dreimal ganz rum. Viel mehr als bei einem Auto. Das Lenken per Tastatur geht leider immer nur mit der hier gezeigten Geschwindigkeit. Ihr könnt natürlich in kleinen Intervallen tippen, dann geht das etwas langsamer, aber dafür auch etwas ruckelig. Aber das Problem ist, wenn ihr mal wirklich schnell lenken müsst, das geht per Tastatur nicht. Ihr seid immer auf dieses voreingestellte Lenktempo angewiesen. In einer schnell gefahrenen Kurve ist das unter Umständen zu langsam, in einer ganz langsam gefahrenen Kurve ist es zu schnell. Mit diesem Nachteil müsst ihr leben, wenn ihr mit Tastatur fahrt. Lenken tut ihr mit den Zahlenblocktasten 4 und 6. 4 nach links, rechts geht's mit der 6. Um wieder genau geradeaus zu fahren, könnt ihr entweder das Lenkrad versuchen wieder zu positionieren. Keine gute Idee, zumal ihr nicht mal sehen könnt, wie oft das Lenkrad jetzt gedreht wurde. Oder ihr macht es euch einfach und drückt die 5. Und jetzt seht ihr, das Lenkrad war nicht gerade. Mit der 5 bekommt ihr das Lenkrad wieder in die gerade Position. Jetzt kann ich leicht einlenken, es wieder aufheben, leicht nach rechts lenken, es wieder aufheben. Wohlgemerkt, alles auf der Zahlentastatur. Nun wollen wir mal ganz vorsichtig eine Linie fahren. Dafür brauchen wir ein bisschen was. Und zwar müssen wir einmal noch das Innenlicht anschalten. Wir haben jetzt zwar noch keine Passagiere an Bord, aber ich zeige es mal anhand der Karten, äh, anhand der Innenansicht mit der Taste F2. Die 7 schaltet vorne das Licht an. Die 8 oben, das seht ihr an der Treppe, seht ihr, im Geländer, sieht man das Licht von oben runterscheinen. Und mit der 9 der hintere Teil des Unterdecks. Jetzt ist der Bus schon beleuchtet, ja, man kann schon sagen, der leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Das ist jetzt ordentlich hell, die Passagiere könnten was sehen, wenn wir welche hätten. Und normalerweise fährt so ein Bus außer bei Betriebsfahrten die auch nicht ganz dunkel. Dunkel ist es halt, können wir nicht ändern. Könnten schon, aber ich lasse es jetzt einfach mal aus unserer Zeit. Momentan 21.19 Was brauchen wir alles, wenn wir fahren wollen? Mit Passagieren brauchen wir natürlich eine Linienanzeige und entsprechend die Liniencodes im Importinformationssystem. Wenn wir nur eine Betriebsfahrt machen, also die Karte einmal erkundigen, sollten wir eine Betriebsfahrt schildern, damit die Leute nicht denken, sie könnten einsteigen. Gucken wir mal, was wir hier für die Betriebsfahrt als Code haben. Ah, ihr seht, Betriebsfahrt ist die 1. Na gut, dann stellen wir mal die Betriebsfahrt ein. Wir haben ja hier dieses schöne Steuerbandsystem. Der steht jetzt in der 0. Dann stellen wir das jetzt mal auf die 1. Solange sich das einstellt, leuchtet die Lampe. Wenn es fertig ist, geht es aus. Und wenn ihr jetzt vorne guckt, steht da Betriebsfahrt auch hier an der Seite. Das ist aber auch das Einzige, was hier automatisch geht, wenn ihr das per Tastatur machen wollt, Taste F8 und dann Bild auf oder Bild ab wechselt hin und her. Ich drücke einmalig F8, wähle abwärts als Bild abwärts. Damit gehe ich wieder auf die 0 zurück. Ihr seht, das Betriebsfahrt verschwindet wieder. Jetzt steht es innen auch auf 0. Ich drehe ja gern Beweise an. Und indem ich Bild aufwärts drücke, spricht das wieder auf 1 und das Band läuft wieder auf die Position 1 vor. Bei manchen Bussen geschieht das auch ganz manuell. Das heißt, dann drückt ihr die Tasten Bild auf und Bild ab einfach so lange, bis das richtige Ziel da steht. Hier geht es über das kleine Steuersystem immer nur in Einzelschritten. Dafür kann man es aber eben von innen einfach über den Code anwählen und es läuft halt genau bis zu dieser Stelle. Ich muss jedes Mal, um hier weiterzukommen, einmal drücken. Die Liniennummer stellt ihr übrigens auch ein. Allerdings, da wird tatsächlich manuell gekurbelt mit der F5 gefolgt von Bild auf und ab die vordere Ziffer beziehungsweise das vordere Schild. Da ist übrigens das Schild auch für den Schulbus. Ihr seht, ich kann hier mit Bild auf und Bild ab ganz flexibel die Nummer einstellen. Hier wieder zurück, da haben wir noch keine. Mit F6 komme ich auf das mittlere Band auch wieder mit Bild auf und Bild ab einzustellen. Hänsel und Gretel für den Schulbus und auf F7 letztlich natürlich die hintere Ziffer. Das geschieht immer für die vordere Anzeige und die Seitenanzeige auf einmal. In einem echten Bus musste der Fahrer die unter Umständen auch getrennt kurbeln, wenn es manuell war. Wir haben jetzt korrekt Betriebsfahrt geschildert und ich werde jetzt einfach mal die Linie einmal abfahren per Tastatur. Das mag ich nicht besonders, wie ich schon erwähnt habe. Ich kann es auch nicht besonders gut per Tastatur, zumal es ja ein bisschen unrealistisch ist, aber ich versuche es mal. Ich nehme die Feststellbremse raus. Haltestellenbremse sollte ich nicht drin haben. Nein, die Türen lassen sich nicht öffnen, also ist die Haltestellenbremse draußen. Und ich lege mit dem mal den Gang ein. Und was passiert? Der Bus läuft, solange ihr nicht noch irgendwo auf der Fußbremse steht, automatisch an. Denn eine Automatik hat ja eine sogenannte Kriechneigung. Jetzt werden wir mal vorsichtig ein bisschen lenken. Ich kann noch ein kleines bisschen Gas geben, damit wir hier ein bisschen schneller rollen. Und immer daran denken, nur weil ihr rechts nichts mehr seht, heißt das nicht, dass der Bus da schon zu Ende ist. Der Bus muss irgendwo da rechts an den Gebäuden noch vorbeipassen. So ein Bus ist groß, Breite üblicherweise 2,50 Meter, Länge, ja, so zwischen 8 und bei ganz langen Gelenkbussen über 25 Metern. Das erschreckt euch vielleicht, die Standardbusse sind maximal 12 Meter lang. Und es ist standardmäßig ja auch, solange kein OMSI 2 rauskommt, keine Gelenkbusse dabei. Und dann werdet ihr feststellen, der Bus schwenkt mehr als das er lenkt. Wenn ich gerade ausfahre, merkt man es nicht. Wenn ich aber stark einlenke, dann merkt man, dass die Lenkachse eines Busses hinter dem Fahrersitz erst sitzt. Das heißt, dass der Teil, der vor der Achse ist, hängt über. Und dadurch kommt dieser typische Schwenkeffekt. Der ist ganz wichtig, wenn ihr Kurven zu eng fahrt, man lenkt bei Kurven in der Regel beim Bus sehr stark ein, aber erst spät. Wenn ihr nämlich eine Kurve zu eng fahrt, zum Beispiel beim links abbiegen, dann nehmt ihr unter Umständen andere wartende Fahrzeuge mit. Ich fahre jetzt mal vorsichtig an diese Haltestelle, möglichst ohne das Haltestellenschild zu erwischen. Und bleibe vorsichtig wieder stehen. So, wie stehe ich nun? Was schätzt ihr, wie viel Abstand habe ich zu dem Haltestellenschild? Oder zur Haltestelle selbst? Zu viel? Zu wenig? Dann gehen wir mal von außen. Freie Ansicht. Warte drehen. Da ist jetzt momentan noch ein recht ordentlicher Abstand. Wäre jetzt hier ein Bordstein, würde ich sagen, ich wäre wahrscheinlich etwas zu weit weg. Das sehen wir an anderen Stellen noch etwas genauer. Ich mache mal wieder zu. fahre die Runde jetzt mal. Gehe wieder ein bisschen Gas. Jetzt natürlich nicht mehr im Steckentempo. Und dann versuchen wir mal hier auf Ort zu fahren. Nicht erschrecken, wenn es rappelt. Die alten Busse klappern mehr als die neuen. Sie sind halt klapprig. Und da vorne ist auch noch eine blöde Steinkante gewesen. Da klappert es immer ganz ehrlich. Abwärts wird der Bus natürlich schon von alleine schneller. Hier muss ich mit der Bremse einbremsen. Wie ihr vielleicht seht, lenke ich relativ spät nach rechts in Richtung Bordstein. Denn der Bordstein ist meistens in Rechtskurven schneller da, als man denkt. Ich bin jetzt vorne fast am Bordstein dran. Die Hinterachse ist es zum Glück noch nicht, denn ich bin die Kurve zum Glück relativ weit in der Mitte gefahren, in der Mitte der Fahrbahn. Sonst würde ich mit dem rechten Rad ganz schnell auf den Bordstein draufhängen. Macht ihr das bei hohem Tempo meckern die Leute. Also bei Rechtskurven fahrt ihr möglichst in der Fahrbahnmitte, aber natürlich nicht im Gegenverkehr. Das kann bei manchen Straßen etwas tricky sein, damit das Heck hinten nicht rechts auf den Bordstein kommt. Bei Linkskurven ist es umgekehrt. Bei Linkskurven sieht es so aus, als ob ihr schon fast auf dem Bordstein vorne hängt. Das ist tatsächlich auch so, dass der Bus unter Umständen etwas überhängt. Aber das tut er meistens gar nicht. Aber dadurch, dass ich die Kurve weit fahre, komme ich an den anderen Fahrzeugen vorbei. Ich hoffe, es war noch rechtzeitig genug. Doch, das scheint geklappt zu haben. Bei Tastatur ist das für mich sehr ungewohnt. So, wie stehe ich jetzt? Ich bin mit dem Heck jetzt ordentlich herumgekommen. Der andere Verkehr kann durchfahren. Nehme ich die Kurve zu eng, fahre zu früh nach links, dann schnibbel ich hier den Gegenverkehr, der unter Umständen hier an der Ampel wartet und habe prompt mit meinem Heck des Busses einen Unfall. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt nicht passiert. Jetzt fahren wir die Klinik weiter ab. Auch hier halte ich jetzt ein bisschen Abstand von rechts und erst an der Haltestelle ziehe ich ein bisschen ran, damit die Fahrgäste bequem ein- und aussteigen könnten. Das tun sie natürlich jetzt nicht. Wenn wir jetzt nach unten gucken, ich stehe hier ziemlich perfekt an der Bordsteinkante. Wie sieht es hinten aus? Ich kann nicht hexen, der Bus ist gerade, der Bordstein ist es nicht. Dafür steht er finde ich noch ziemlich gut. Also vorne steht er perfekt, hinten hat er ein bisschen Sicherheitsabstand. Machen wir vorne wieder zu, fahren weiter. Korrekterweise blinken wir beim Abfahren nach links damit an, damit wir wissen, dass wir losfahren. Das hier ist wieder ein typisches Omsi-Phänomen. Leute, Personen laufen über die Straße völlig ohne zu gucken. Fahrt sie nicht um. Es ist manchmal echt gemein, wenn ihr aus Tempo 50 relativ plötzlich anhalten müsste. So, beim Fahren kann ich die Fahrspur sofern sie nur für ein Fahrzeug reicht natürlich nutzen, wie ich will. Bei der nächsten Haltestelle blinke ich dann wieder rechts um zu zeigen, ich anhalten will. Und wir schauen mal, ob das auch geklappt hat. Ja, ich würde sagen, der steht ordentlich. Und da es hier gerade ist, steht er auch hinten ordentlich. zum Abfahren blinke ich wieder nach links, gucke natürlich ob einer kommt. Der LKW kommt zum Glück nicht vorbei, das heißt, er hat gar keine andere Wahl, als uns fahren zu lassen. Und wie ihr vielleicht auch merkt, wenn ich eine Kurve fahre und dann wieder gerade lenke, dann springt der Blinker, wenn das Lenkrad weit genug eingeschlagen war, von alleine raus. Ansonsten müsst ihr an das Umschalten der Blickwinkel hier müsst ihr euch gewöhnen, sei denn, ihr habt einen sogenannten Head-Tracker, der findet ihr oben in der Menüleiste unter TrackIR, da könnt ihr ihn ein- und ausschalten, wenn ihr einen habt. Der kostet um die 200 Euro, dadurch könnt ihr euch dann vor eurem Computerbildschirm durch das Drehen des Kopfes im Bus umsehen. Genial, aber eben teuer. Komm Taxi, fahr durch, ich will noch heute abbiegen. Im linken Außenspiegel könnt ihr natürlich auch schön beobachten, ob ihr mit den Heck an den anderen Fahrzeugen vorbeikommt. Bei dieser Kurve hier ist das nicht so problematisch. Bei anderen Kurven werdet ihr wahrscheinlich fluchen, denn da ist es fast unmöglich A-Kore abzubiegen und wenn es eng ist gleichzeitig auf den Bordstein nicht mitzunehmen. Gehalten wird typischerweise am Haltestellenschild, das heißt mit der Vorderkante des Busses. Es ist aber auch in Ordnung, wenn ihr mal einen Meter weiter fahrt, ist das nicht schlimm. Wenn ihr mit dem Heck am Haltestellenschild auch vorbei seid, dann seid ihr definitiv zu weit. Ihr seht, ich stehe wieder schön am Bordstein. Das braucht ein bisschen Übung. Man kann sich das hier relativ gut merken. Man ist mit diesem Bus hier relativ gut am Bordstein dran. Wenn die Bordsteinkante hier zwischen dem Thermometer und dem Mittelfosten des Fensters zu erkennen ist, das ist eine ganz gute Möglichkeit sich zu orientieren. Jeder Bus hat irgendwo einen markanten Punkt, an dem man sich orientieren kann. Den muss man nur einmal rausfüllen. Weiter geht es Richtung Krankenhaus. Wir verlassen Gründorf und kommen jetzt nach Einsteindorf. Das sind gegebenerweise echt Mini-Dörfchen. Aber zu Lügen ist die Karte gut. Diese Kurve hier kann man Vollgas fahren. Man sollte es mit Passons Stieren aber nicht tun. Sie werden sonst meckern, weil ihnen schlecht wird. Bedenkt bitte, die Fahrgäste in einem Bus sind meistens nicht angeschnallt und müssen sich entsprechend festhalten, um nicht durch die Gegend zu fliegen. Daher auch bitte keine Vollbremsung. Jetzt bin ich an der Haltestelle ein bisschen zu weit erfahren, aber das geht noch und wir stehen aber wieder perfekt und hinten, ja, ich würde schon sagen, dass es schon fast zu perfekt ist, muss ich beim Anfahren schon aufpassen, dass mir das Hinterrad hier den Bordstein nicht mitnimmt. Das gibt nämlich ein ziemlich unangenehmes Gerumpel und wenn ihr als Alternative zur Maus für all diejenigen die kein Lenkrad haben bietet sich in jedem Fall auch noch die Tastatursteuerung des Busses an äh nicht die Tastatursteuerung die Maussteuerung man kann auch per Maus Gas geben und lenken in dem Fall schaltet man zwischen den Lenkfunktionen und den Klickfunktionen auf dem Armaturobrett hin und her das zeige später auch noch jetzt wollen wir erstmal diese kleine Testrunde absolvieren jetzt steht der übrigens hier nicht perfekt denn ich musste hinter einem parkenden Fahrzeug noch rechts ran fahren ihr seht das Heck hat es nicht ganz geschafft das könnt ihr unter Umständen nicht verhindern in der Anfahrt sieht es dann auch so aus als ob ich den Bordstein schon fast mitnehme und in letzter Sekunde erst wieder etwas gerade ziehe aber denkt immer dran die Fahrzeugfront ragt unter Umständen über den Bordstein ohne dass der Reifen auf den Bordstein kommt da ist einfach ein Abstand von über einem Meter bis zur Fahrzeugfront und dieser Bereich kann der Bus und dieser Bereich kann der Bus normalerweise wenn der Bordstein nicht zu hoch ist die rüber ragen ohne dass was passiert Türen wieder zu Blinker links raus Blinker rechts raus Blinker links rein nicht vergessen nach vorne zu gucken und weiter hier sollen wir nach links Blinker ist noch rausgesprungen dann das ist der das ist der nachteil wie es sich sagte die Lenkung geht nur mit einer Geschwindigkeit jetzt hätte ich fast dadurch zu weit gelenkt und hier steht der Kollege der regulär auf der Linie unterwegs ist und jetzt den Pausenplatz blockiert aber das da war ja auch wir sind ja hier momentan zu Gast und nicht er fahren wir mal vorsichtig an ihm vorbei das ist übrigens der maximale Lenkwinkel dann sieht es so aus als ob der Bus vorne regelrecht quer schiebt denkt dann euer Bus hat eine Länge von 12 Metern nicht dass ihr zu früh wieder nach rechts lenkt und den Kollegen da mitnehmt mit dem Heck so sieht es jetzt hinten aus aufgrund der starken Kurve und dass der Bus noch im Weg war da hinten steht er immer noch recht ordentlich viel mehr ist da auch nicht drin hier erscheinen schon Fahrgäste aber nein Leute tut mir leid wir sind nicht auf eurer Linie im Moment fahren wir mal ein bisschen weiter und jetzt werde ich auch recht zügig zurückfahren zu Bauernhof wir sind ja nicht wirklich auf Linie also brauche ich ja eigentlich nicht überall jetzt seht ihr jetzt tritt dieser Überlenker schickt ein es sieht aus als bin ich auf dem Bohrstein nein mit den Rädern war ich das nicht wirklich rote Ampeln achten wir natürlich auch bei der Betriebsfahrt manch einer wird sich vielleicht gewundert haben wenn er das schon ausprobiert hat dass OMSI nicht meckert wenn man über eine rote Ampel fährt nein OMSI beinhaltet keine Funktion die den Fahrer hinsichtlich der Verkehrsregeln überwacht nur Unfälle sollte man vermeiden das ist schon wieder ein Problem dass wir ihn gerade schneller lenken müssen musste ich anhalten mich dagegen zu lenken wie gesagt Katastatur ist das so eine Sache aber wenn ihr euch nicht korrekt verhaltet dann meckert zwar nicht die Polizei mit euch es ist dann eben auch ein Unfall aber die Fahrgäste meckern wenn ihr über eine rote Ampel fahrt ist einfach das Risiko dass ihr mit anderen Fahrzeugen kollidiert entsprechend hoch und spätestens wenn die Passagiere wegen eures schlechten Fahrverhaltens aussteigen wollen solltet ihr euch Gedanken machen das kann sicherlich jeden Mal passieren auch den geübtesten Fahrern wenn das aber auf jeder Linie mehrfach vorkommt dann solltet ihr euch echt Gedanken machen nochmal zur Übung nochmal halten und bevor ihr Fahrgäste mitnehmt probiert es mal eine Weile so wie ich es mache mit Leerfahrten dann versorgt ihr euch nicht gleich eure Bewertung das passiert noch vor ihr jetzt kommt die einzig wirklich kritische Stelle auf der Karte nämlich das Rechtsabbiegen an dieser Kreuzung warum ist das kritisch? einmal ist da ein Ampelmaste relativ dicht am Straßenrand und dann auch noch ein Straßenschild das taucht da gerade hinter der Ampel auf um das beim Rechtsabbiegen nicht mitzunehmen mit dem Bus und es umzumähen was teilweise recht drollig aussieht und auch ziemliche Proteste bei den Fahrgästen auslöst müsst ihr diese Kurve möglichst weit links stehend beginnen wenn ihr zu dicht am Bordstein seid erwischt ihr sie garantiert das ist mir am Anfang hier auch passiert dann fahre ich relativ weit auf die Kreuzung wie ihr seht bevor ich überhaupt nach rechts einlenke bei der Tastatur mache ich das fast im Stillstand denn hier kann ich ja nicht schnell lenken ich lenke nur so weit ein wie das nötig ist um an diesem Fahrzeug hier vorbeizukommen alles andere bringt mich zu nah an das Verkehrszeichen beziehungsweise ans Straßenschild so jetzt sind wir an der Haltestelle direkt nach dem Abbiegen das ist ja die nächste Gemeinheit direkt nach dem Rechtsabbiegen dann sollt ihr passen stehen für die Haltestelle wir gucken mal außen der Idiot da hinten ist mir fast hinten rein gefahren aber er hat es noch nicht gemacht ihr seht der Fahrwagen steht fast korrekt und das Straßenschild hier hinten das ist das tolle daran es hat überlebt fahrt ihr die Kurve rechts an und kommt euch hier ein Fahrzeug entgegen so dass ihr die Gegenspur nicht mit nutzen könnt zum Abbiegen denn sonst könntet ihr das ja dann nehmt ihr mit dem Heck diese ganze Ecke mit ihr fahrt letztlich dann vorne so und euer Hinterteil euer Heck vom Bus fährt so keine gute Idee muss ich glaube ich nicht weiter erläutern sollte jeder verstanden haben jetzt fahr ich mal zur Mordspitze zurück jetzt werdet ihr noch sehen dass der Bus vorne etwas überhängt in der Kurve nein ich hab den Bordstein noch nicht geknutscht das ist zwar keine starke Kurve aber trotzdem kann der Bus hier mit der Fahrerkammer ah da war die Kante ein kleines bisschen überhängen aber natürlich nicht zu viel in scharfen Kurven ist das völlig normal ich hab's jetzt hier mal riskiert das ist hier auf dieser super breiten Straße eigentlich nicht nötig direkt zur Orientierung das hier ist eine breite Straße ja also auf der Straße solltet ihr keine Probleme haben auf schmalen Straßen wie der die jetzt kommt kann das schon eher passieren hier muss man scharf einlenken wenn man vorne nichts mitnehmen hinten nichts mitnehmen will und vorne rum kommen will die Straße das ist schon deutlich schmaler die findet ihr typischerweise auf anspruchsvollen Karten oder wo wenig Gegenverkehr ist wenn hier auch zwei Busse sich entgegen kommen dann ist es besonders per Tastatur Schereikel per Maus oder Lenkrecht müssen wir uns noch einigermaßen hin und aneinander vorbeizukommen weil man fest dieser Lenkrecht hat hier dürft ihr euch nicht wundern es geht kräftig bergauf die Busse haben nicht allzu viel Leistung besonders nicht die alten hier braucht ihr Dauergas um einigermaßen hin hochzukommen das geht aber noch ohne den speziellen Berggang er wird halt nur langsam das hier dann geht da geht es wieder ein Stückchen runter da klappert es ordentlich und auch hier nehmen wir bitte nicht das Schild weg wenn wir hier anhalten wir sind zu freundlich und lassen eine Schilder intakt jetzt werde ich mal eine Fahrt mit Passagieren demonstrieren das heißt wir müssen die Linie schildern wir brauchen einen Fahrplan und wir müssen dem IBIS Gerät sagen auf welcher Linie wir sind damit der Fahrscheinentwerter die Fahrscheine korrekt stempelt bei modernen Bussen ist damit noch viel mehr verbunden denn bei modernen Bussen wird dadurch die Zieleinheit vorne automatisch eingestellt durch das Steuergerät und es wird dann normalerweise auch die Haltestelle angesagt das haben wir ja wie gesagt hier nicht als allererstes gucken wir mal welchen Linienplan wir hier haben wir drücken die Taste ALT und wählen einen Fahrplan aus das geht hier oben ich hoffe wir bekommen noch einen denn es ist ja mittlerweile dann doch schon etwas später 21.29 Uhr sagt er uns jetzt als aktuelle Zeit in der Simulation da sollten wir noch eine Fahrt kriegen wir wählen als erstes die Linie aus hier gibt es nur die 76 und den Umlauf 1 es gibt nämlich hier auch nur einen KI-Bus der standardmäßig fährt den wir hier übersetzen könnten die Linie 76 hat die Endhaltestelle Bauernhof startet im Krankenhaus und endet am Bauernhof ja schön das ist nicht die Richtung die wir fahren wollten wir wollten ja eigentlich jetzt hier vom Bauernhof starten das können wir entweder erreichen indem wir einen anderen Umlauf wählen den gibt es hier nicht oder indem wir uns hier für einen anderen Zeitplan entscheiden denn hier startet es im Krankenhaus um 21.37 Uhr und um 21.44 Uhr ist der Bus hier das heißt wenn ich jetzt einen Plan weiter gehe dann springt das um 76 mit Ziel Krankenhaus von Bauernhof um 22.07 Uhr das ist also noch ein ganzes Stück entfernt mit dem Ziel Krankenhaus um 22.14 Uhr das ist der nächste Umlauf der von hier startet also ihr könnt den Umlauf wählen kommt dann normalerweise hier auf die Fahrt die euch zeitlich am nächsten ist wenn es die falsche ist schiebt ihr diesen Schieber eine Position weiter nach rechts dann habt ihr in der Regel die Gegenrichtung Bauernhof nach Krankenhaus ist richtig wir starten am Bauernhof wir könnten jetzt als Verstärker fahren das würde bedeuten der KI-Bus bleibt auf der Strecke und wir folgen ihm oder aber ich lasse das hier aus dann wird der KI-Bus zwar noch hierhin zurückkehren bis 22.00 Uhr oder so und dann wird er aber wieder wegfahren wenn er ins Depot fährt sofern es ein echtes Depot gibt ansonsten verschwindet der irgendwo und dann übernehmen wir seine Aufgabe das tun wir jetzt so sie lösen den Wagen Nummer 1823 ab dieser Wagen wird ausgesetzt der fährt also die Tour bis er unsere erreicht und dann verschwindet er jetzt haben wir dessen Fahrplan übernommen jetzt müssen wir entsprechend aber auch hingehen und uns anzeigen lassen wann wir den los müssen bei manchen modernen Bussen habt ihr eine Verspätungsanzeige bei dem alten nicht jetzt kommt eine Tastenkombination die ihr euch merken sollt und zwar Shift Z also als wenn ihr ein großes Z eingeben wollt denn dann bekommt ihr oben eine Statusinformationsleiste hier sehen wir einerseits wie warm es im Bus ist das ist übrigens momentan angenehm da brauche ich gar keine Heizung anmachen 22 Grad ist perfekt es ist auch relativ trocken im Bus wir haben hier die aktuelle Uhrzeit mitlaufen das Datum, Wochentag, die aktuelle Geschwindigkeit wo wir halten sollen unsere Linie beginnt am Bauernhof um 22 Uhr 7 natürlich dann drüben links bei der Abfahrtseitestelle und das sind noch 35 Minuten die Zeit werden wir jetzt nutzen um den Bus fahrbereit zu machen für Passagiere die Linie zu schildern und entsprechend am Steuergerät einzugeben ansonsten können wir die Zeit natürlich vor und zurück stellen mit Fahrplan allerdings nur vor damit man bei Verspätungen nicht schummeln kann als allererstes sagen wir jetzt dem Steuergerät was wir fahren wollen wir hatten uns ja die Linie 2 und nein 76 ausgesucht wir gucken uns jetzt mal das Steuergerät an wir geben an Linie Linie oder Kurs das ist ein bisschen unterschiedlich ob es nach Linien oder nach Kursnummern gibt standardmäßig funktioniert es so ihr gebt die Linie ein und wenn es nichts besonderes gibt wie zum Beispiel eine Nachtlinie mit einem N hinten dran oder ein Schulbus ergänzt ihr das in zwei Nullen man kann auch 07600 schreiben das ist wurscht vordere Nullen interessieren nicht hinten müsst ihr in der Regel an die Liniennummer zwei Nullen dranhängen es sei denn der IBIS Plan eurer Karte oder eures Fahrplans sagt da was anderes zu zack Liniennummer ist drin Eingabequittung die Tasten könnt ihr übrigens auch bedienen über die Zahlentastatur solange ihr die Steuerungstaste also Control gedrückt haltet ich kann auch Control eingeben dann ein Sternchen für Linie und Kurs 07600 und habe sie genauso drin gefolgt natürlich von Enter ich mache es mit Maus dann könnt ihr es sehen ich sage euch die Alternativen per Tastatur wenn ihr die Linie und Kurs gesetzt habt fehlt noch die Route die Route entscheidet darüber in welche Richtung ihr die Linie fahrt und über die Route kann auch unterschieden werden ob ihr eine Fahrt mit zusätzlichen Haltestellen macht oder ob ihr Haltestellen überspringt Standardmäßig ist die Hinfahrt die 01 und die Rückfahrt die 02 hier ist es auch so ich gebe Route ein oder drücke Steuerung und den Schrägstrich über der 8 also auf der Zahlentastatur und gebe die 01 ein jetzt habe ich es mit Steuerung 01 auf der Zahlentastatur gemacht ich kann genauso gut hier 01 klicken und schicke das mit Eingabe ab angezeigt wird jetzt das Ziel Krankenhaus und während der Fahrt schalten wir die einzelnen Haltestellen in diesem Fall manuell weiter das Ziel den Knopf gibt es auch braucht ihr nicht einstellen wenn ihr bereits eine Route eingestellt habt denn dann kommt das Ziel automatisch mit dem Kram da habt ihr übrigens nichts zu tun solltet ihr mal versehentlich die Haltestellen zu weit vorgeschaltet haben oder vielleicht nicht weit genug dann könnt ihr sie je nach IBIS Gerät auch manuell weiter schalten mit vor und rück stumm das heißt bei Fahrzeugen mit Ansage wird die Ansage unterdrückt es springt nur vor und zurück die normale Fortschaltung habt ihr hier beziehungsweise auf der Taste Q würde ich jetzt also Q drücken würde die nächste Haltestelle hier erscheinen und das Entwerter System das ihr gerade im Hintergrund noch habt rattern hören stellt den Fahrkarten Entwerter auf die nächste Haltestelle um sodass die Fahrkarten korrekt gestempelt werden und bei modernen Bussen löst es die Anzeige aus beziehungsweise die Ansage Anzeigesysteme innerhalb von Bussen die in die nächste Haltestelle anzeigen gibt es bei modernen Bussen natürlich auch soweit wäre jetzt das IBIS Gerät hier informiert was los ist und wenn ihr hier das IBIS Gerät eingestellt habt dann könnt ihr wieder in die normale Ansicht gehen und solltet unbedingt kontrollieren ob jetzt auch außen alles dran steht bei den modernen Bussen ist das der Fall bei den modernen Bussen ist das der Fall da eben hier aber liegt dieser Bus kann über das IBIS Gerät die Anzeige vorne am Bus und seitlich noch nicht einstellen das müsst ihr machen dazu gehen wir wieder nach innen und gucken mal was das Krankenhaus denn für eine Nummer hat Schauen wir mal Einsteindorf Krankenhaus ist hier die Nummer 6 das heißt ich stelle hier an den Zielwahlgerät die 6 ein dazu muss ich hier 5 mal auf denn die 1 haben wir gerade einmal warten wie gemerkt sagt das ist F8 gefolgt von Bild aufwärts Bild abwärts die 3 die 4 die 5 die 6 keine Sorge ich habe noch keine Karten gesehen wo man bis zur 900 noch was muss im Zweifelsverdiene ist vielleicht auch andersrum so jetzt gucken wir mal außen und ihr seht da steht Einsteindorf Krankenhaus genau richtig jetzt brauchen wir noch die Liniennummer das ist die 76 wie ihr die einstellt ist euch überlassen ihr könnt das über die vorderen beiden Rollbänder oder die hinteren beiden Rollbänder des Zahlensystems machen normalerweise ihr kennt das vom Taschenrechner der fängt von rechts an die Zahlen aufzubauen also mache ich das jetzt indem ich die F5 in Ruhe lasse mit der F6 und den Pfeiltasten das Rollband auf die 7 stelle das muss nicht perfekt da stehen das kann man so ein bisschen fein justieren aber es muss nicht und mit der F7 bilde ich hinten die Ziffer 6 manche stellen das auf den vorderen beiden Ziffern ein das finde ich persönlich nicht so schön aber das ist Geschmacksache eine Vorschrift gibt es da nicht die Passagiere orientieren sich in allererster Linie hier dran nur wenn es mehrere Linien gibt die da hingeht gucken die eventuell noch da drauf in Omsi in der Realität mag das wieder ein bisschen anders sein Omsi treibt es mit dem Realismus schon relativ weit aber nicht bis zur Perfektion also seid ein bisschen nachsichtig wenn es euch vielleicht ein bisschen komisch vorkommt das allerwichtigste in Omsi das funktioniert und das ist das Fahrverhalten der Busse das scheint mir tatsächlich sehr realistisch so nun haben wir den Bus betriebsbereit zur Aufnahme von Vorfahrgästen und wir haben noch 29 Minuten über was mache ich jetzt ich warte natürlich jetzt nicht die 29 Minuten ab sondern ich stelle jetzt die Uhr vor wir wollen ja schließlich jetzt nicht dass das Video noch über eine halbe Stunde nur mit warten dauert also die Menüleiste die Uhr das Fenster ist bei mir standardmäßig etwas zu klein das liegt wahrscheinlich an den eingestellten Windows Schriftgrößen und dann stellen wir die Uhr mal auf 22 Uhr eine Minute 0 Sekunden wir haben übrigens einen Montag sehe ich hier gerade 94 so jetzt sind es noch 6 Minuten das ist mir noch zu viel da gehe ich eben halt noch 5 Minuten vor so das reicht jetzt wie gesagt zurück geht mit Fahrplan nicht wenn ihr keinen Fahrplan habt fehlt hier in dieser Anzeige wenn ihr sie denn eingeblendet habt die untere Zeile das wird im Busse mittlerweile auch ordentlich warm wie ich sehe das wird sich aber gleich ein bisschen relativieren wenn man Türen auf und zu macht da kommt ja ein bisschen Frische von draußen rein die Verspätungsanzeige von minus 1 beziehungsweise jetzt minus 0,9 sagt ich habe noch etwas Zeit bis zur Haltestelle da muss ich nämlich dann also in knapp einer Minute sein und losfahren wir fahren jetzt mal zu der Haltestelle hin jetzt sollten da eigentlich es sei denn es wäre jetzt zufällig niemand da auch Passagiere da sein Passagiere erscheinen üblicherweise etwas vor der Abfahrtszeit oh ja da stehen doch schon einige bitte die Leute nicht umfahren aber möglichst bequem für die Leute halten wie ihr seht die wollen rein also Haltestellenbremse mit dem Minus auf der Zahlentastatur Schrägstrich und Stern für die beiden Türflüge einmal 2,70 einmal 2,70 der Herr will einen Fahrschein 2,70 ist der normale also geben wir ihm einen normalen Fahrschein und geben ihm das passende Wechselgeld wundert euch nicht wenn die meckern das muss nicht der falsche Fahrstatt sein guten Abend guten Abend das kann auch sein dass ihr einfach etwas zu langsam wart eine Tageskarte bitte eine Tageskarte das sieht aus nach 5 Mark, 7 Mark, 9 Mark passt genau eine Tageskarte bitteschön also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich einen Ticket das ist die Labertasche vom Dienst Sie wissen schon eine Tageskarte heißt das dann wenn ihr die so viel labern hört wisst ihr immer das ist die Tageskarte die 10er nehmen die Tageskarte geben und eine Mark zurück wenn ihr das ganze etwas einfacher haben wollt klickt die Münzen an sortiert sie ein drückt die Taste T für den Fahrschein es ist dann automatisch der richtige und drückt STRG T wenn ihr Rückgeld geben müsst dann braucht ihr nicht selber zählen was ich jetzt gemacht habe war schon das komplexe Kassieren mit korrektem abzählen mit herausgeben des richtigen Fahrscheins also mit anderen Worten vollständig wie in der Realität Türen zu die Abfahrtzeit ist sogar schon überschritten Haltestellen kann es doch raus und los geht's wollen wir die Fahrscheine mal als äh erst mal ans Ziel bringen nachdem wir jetzt die Abfahrtshaltestelle verlassen haben drücke ich einmal die Taste Coup und jetzt seht ihr dass im Informationssystem IBIS die Anzeige umgesprochen ist jetzt steht dort nämlich Nordspitze Bahnhof das wäre jetzt in normaler Weise die Ansage der nächsten Haltestelle bei diesem alten Busmodell stellt es nur den Entwerter um da wir Fahrgäste an Bord haben sollten wir jetzt ordentlich fahren jetzt bin ich so weit froh dass ich die Ampel kaum noch sehe da helfe ich mir jetzt mal mit der Außenansicht denn ab jetzt werden die Fahrgäste meckern wenn ihr Mist macht und die können äußerst frech werden unter Umständen zurecht wir blinken natürlich wir lenken korrekt wir fahren möglichst nicht ruppig scharfe Kurven fahren wir nicht zu schnell da sind die sehr empfindlich was die überhaupt nicht mögen ist wenn ihr 4-5 Mal hintereinander Gas gebt und es wieder loslasst auch das ist ruppig und da sind wir an der nächsten Haltestelle Guten Abend ich hätte gerne eine normale Fahrkarte eine normale Fahrkarte aber sicher doch bis 2.30 Uhr zurück ups das war nur 1.30 Uhr dann machen wir das so gebt den Leuten guten Abend nicht zu viel Kleingeld wenn ihr große Münzen geben könnt dann tut das denn sonst meckern die Leute dass es zu klein rausgegeben ist Hallo eine Tageskarte bitte eine Tageskarte ok 2.50 Uhr gebt eine Mark zurück Manfred das ist der der gerade vorbeigegangen ist den nennen viele Manfred der meckert besonders gerne wenn ihr zu viele kleine Münzen rausgebt kümmert euch nicht besonders um die Hintertür des Buses die Leute öffnen die sich hinten selbst ihr seht die ist auch schon wieder zu wir können also weiter es gibt Busmodelle da müsst ihr die Hintertür selbst steuern aber dazu kommen wir jetzt hier nicht in diesen standardmäßig nicht da rein fahren wir mal zur nächsten Haltestelle wir haben schon etwas Verspätung mal gucken ob ich das aufholen kann ich bezweifle das aber nicht wenn ich alles erkläre eine Minute Rückstand das geht ja übrigens unter 3 Minuten wird in der Regel nicht gemeckert gut und mehr als 2 Minuten zu früh solltet ihr auch nicht losfahren das mögen die Leute dann auch nicht ich drücke Q für nächste Haltestelle jetzt steht da auch Elsterplatz ich versuche hier passend anzuhalten ich fasse in den vorn mal noch rein ich bin das für Tastatur echt nicht gewöhnt und jetzt können die Leute an und aussteigen wer möchte eine Kurzstrecke manchmal hört man es schlecht besonders wenn die so ineinander rein quatschen ganz schön 38 zurück eine Kurzstrecke bitte noch eine Kurzstrecke für 5er das gibt da 3,30 Euro zurück danke nicht 3,30 Euro ich komme immer auf Euro 3D Mark 30 sind das natürlich hier noch hinten ist schon längst wieder zu oder steigt keiner aus wer auch wie auch immer und wir können weiter sehe ich gerade unter einer Minute verspäht vielleicht kriegen wir das ja sogar noch ausgeruht jetzt möglichst spät einlenken gewöhnt es euch an die anderen Fahrzeuge die auf der linken Seite einem entgegenkommen möchten überleben nächste Haltestelle mit der Taste Q das heißt sie heißt Gaussdorf nicht zu heftig bremsen meist reicht 2-3 mal drücken und Ein- und Aussteigen ermöglichen ich gucke mal hinten jetzt seht ihr auch hinten steigen welche aus jetzt hat sie uns das mit der Tageskarte vorne schon schon erklärt und ihr habt in der Zwischenzeit mal gesehen dass hinten die Tür wieder zugeht oh ja du kriegst deine Fahrkarte du hast es mir auch ganz klein dahin gerichtet bitteschön hallo nun kommen wir an die Pötte Tür immer zu und weiter gehts blinken natürlich nicht rechts blinken lieber mal anhalten sondern links zum losfahren die gute Frau da nicht überfahren jetzt seht ihr eine gelbe Lampe aufleuchten das ist der Haltewunsch das heißt an der nächsten Haltestelle möchte ich auch schon etwas raus ich drücke die Taste Q zum Fortschalten der Haltestelle das ist Einsteindorf Ausbau wie im Display zu lesen ist je nach Videoauflösung wie ihr euch anguckt seht ihr das unter Umstände etwas zu verschwommen um es lesen zu können in der Realität gehts gerade noch und wir halten an Einsteindorf Ausbau will keiner rein aber es wollen welche raus na gut da kann man ja vorne schon wieder zu machen Haltestellenbremse raus die löst sich dann sobald die Tür zu ist die meisten Busse haben auch eine kleine Lampe die aufleuchtet in dem Fall ist die hier versteckt die signalisiert euch dass die hintere Tür noch offen ist das wäre ja auch etwas blöd wenn man losfährt oder versucht loszufahren während ihn offen ist zerbrechen sich die Fahrgäste alle knochen nächste Haltestelle mit Taste Q Einsteindorf Marktplatz Aussteigerunsch liegt bereits wieder vor bitte nicht die parkenden Autos mitnehmen hört euch so ein bisschen an wie ich den Abstand halte fahrt notfalls langsam seht ihr genau das ist das Problem ich bin die Tastatur nicht gewöhnt jetzt gucken wir mal ob wir noch ein Stück zurück können unter uns steht noch keiner da lege ich mal ganz vorsichtig den rückwärtsgang ein erst auf R äh N dann auf R dass wir uns noch möglichst optimal an die Haltestelle stellen können das erfordert jetzt ein bisschen Angierkenntnisse also wir haben zurecht gemeckert ich bin etwas unsanft an die Haltestelle gefahren dafür ist es jetzt umso besser und dann lassen wir aussteigen ihr seht das geht auch von außen um sie interessiert ist nicht wann ihr die Tasten drückt also in welcher Kameraperspektive sondern nur ob ihr sie drückt das jetzt alle aussteigen liegt jetzt übrigens in diesem Fall noch nicht mal am Fasti das liegt einfach nur daran dass längst nicht alle bis zum Krankenhaus fahren oben sieht man auch noch jemanden sitzen ganz so schlimm war es dann also nicht und wir müssen sie jetzt auch noch durchlassen jetzt wollen sie nämlich auch noch alle hier rüber warum lauft ihr jetzt eigentlich alle zum Krankenhaus rüber statt mit mir mitzufahren nein ich war es wirklich nicht das sind jetzt einfach freiwillig ausgestiegen und nicht wegen dem Fast hier solange die die Straße überqueren werden übrigens die anderen Autos hier nicht in die Kreuzung einfahren das ist ziemlich praktisch wenn ihr selber gerade durch wollt so und jetzt hört ihr auch gerade im Bus die restlichen Leute runter gehen Einsteindorf Krankenhaus steht jetzt im Display und die restlichen Leute wollen raus und wie ihr seht ist die aktuelle Fahrt beendet wir sind am Krankenhaus angekommen und OMSI zeigt uns automatisch eine Auswertung an wenn ihr der Meinung seid ihr seid an der Endhaltestelle und bekommt keine Auswertung dann seid ihr mit Sicherheit nicht an der Endhaltestelle jedenfalls nicht an der wozu ihr hin solltet den Plan kann ich mir als Textdatei speichern lassen oder ihn einfach wegklicken offensichtlich war ich nicht zu sehr zu spät und auch nirgendwo zu sehr zu früh und steigen noch die restlichen Leute aus und wegen der Automatiktür geht es automatisch wieder zu so das war die Hinfahrt ich hoffe ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen wie das dann aussieht und die Rückfahrt werde ich dann zur Abwechslung mit der Maus fahren das bin ich auch nicht besonders gut gewöhnt wie gesagt ich war eigentlich mit anständigem Lenkrad aber ich gebe mir mal Mühe zu zeigen wie es mit der Maus geht ohne dass wir zu viel Zeit verplempern die Tastaturfahrt habt ihr jetzt hinreichend gesehen und auch welche Probleme das machen kann für die Rückfahrt brauche ich zwei Dinge erstens das Bordinformationssystem muss darauf eingestellt werden wir schauen mal danach da steht momentan auf Krankenhaus jetzt ist es so dass das Krankenhaus ja die Endhaltestelle ist ich kann jetzt hingehen und drücke einfach die Taste für nächste Haltestelle dann springt es nämlich bei der Endhaltestelle automatisch auf die Route 2 um für die Rückfahrt schon steht das Ziel Bauernhof drin und der Entwerter das habt ihr sicherlich im Hintergrund rattern hören ist auch entsprechend umgesprungen sodass der Fahrschein auch korrekt für die Rückfahrt entwertet wird was wegen des Alter des Busses wieder nicht automatisch geht ist die Außenanzeige da müssen wir jetzt wieder nach dem Zielcode gucken Nordspitze Bauernhof ist die 9 na, nein, 9 ist Nordspitze Bauernhof Bauernhof ist die 8 ich erzähle Unsinn Nummer 8 ist Nordspitze Bauernhof das stellen wir ein klack zweimal hintereinander geht nicht, man muss warten klack so, jetzt ist der Bus korrekt umgestellt für die Rückfahrt die laut Fahrplan aber erst in 20 Minuten beginnt also wäre ich hier Busfahrer wäre es ziemlich langweilig und ich hätte auch noch verdammt viele Wartezeiten aber, ihr seht, die Nordspitze steht bereits korrekt drin so kann ich wieder zurückfahren gut, bis die Zeit erreicht ist sage ich noch ein paar Worte zur Maussteuerung die Maussteuerung ist standardmäßig aus das wäre eine Katastrophe, wenn nicht denn ihr wollt ja unter Umständen dann doch ein paar Bedienelemente im Bus mal mit der Maus anklicken so viel Tastenkombination kann sich ja kein Mensch merken die wichtigsten habe ich schon erwähnt ich hoffe ihr wisst sie noch na, seid ehrlich nein, natürlich nicht macht auch nichts ich kann euch derweil noch zeigen, dass man mit der Maus noch etwas anderes hier sehen kann und zwar den aktuellen Fahrplan wenn ihr mal eine Übersicht haben wollt der hängt immer irgendwo im Bus manchmal ist er auch versteckt da muss man sich den hervorklicken und dafür gibt es übrigens auch noch ein Hotkey und zwar die Taste einfügen ändert sich die Kamera automatisch so, dass er Richtung Fahrplan kommt ihr könnt ihn trotzdem noch ein bisschen größer machen ist noch ganz nützlich und wenn ich schon gerade dabei bin, noch nützliche Tasten zu erwähnen die Position 1 Taste, bei manchen Tastaturen auch Home beschriftet geht zum Zahltisch wenn ihr das mal bei einem Bus anders nicht hinkriegt weil zum Beispiel das Blicken zur Tür den Winkel nicht optimal einstellt dann geht es in der Regel, indem ihr Position 1 festhaltet sowohl Einfügen als auch Position 1 wirken nur solange ihr sie festhaltet ihr kehrt automatisch wieder zurück aber jetzt zur Maus die Maussteuerung funktioniert im Gegensatz zu der Tastatursteuerung natürlich gehörig unterschiedlich bei der Tastatursteuerung war es ja so wenn ich die Bremse mehrmals antippe, dann bleibt sie bei diesem Level gedrückt und löst sich erst, wenn ich wieder kurz Gas gebe und ich muss das Gas so lange festhalten, wie ich Gas geben möchte diese Regel könnt ihr für die Maussteuerung komplett über Bord werfen denn bei der Maussteuerung hängt alles davon ab, wo sich der Mauszeiger auf dem Bildschirm befindet ich habe die Maussteuerung jetzt noch nicht aktiv von daher kann ich das jetzt noch gut ohne Schaden demonstrieren Maus in der Mitte des Bildschirms heißt ihr lenkt gerade und ihr gebt weder Gas noch Bremse ich will nicht hoffen, dass der Mauszeiger in der Aufzeichnung auch ab und zu verschwindet wie er es hier tut das sollte er eigentlich erst nach ein paar Sekunden also ungefähr hier die Maus heißt neutral ich gebe weder Gas noch Bremse ich noch lenke ich links oder rechts wenn ich Gas geben will, schiebe ich die Maus nach oben je mehr ich sie nach oben schiebe, im Zweifelsfall bis zur Bildschirmkante je mehr gebe ich Gas, Vollgas ist also ganz oben entsprechend halbes Gas ungefähr hier bisschen Gas nur zum Rollen ist hier und hier ungefähr ist neutral Bremsen tue ich, indem ich die Maus nach unten ziehe das ist leichtes Bremsen das ist stärkeres Bremsen und wenn ihr bis unter die Kante des Lenkrads geht und das nicht gerade sanft macht dann werden die Leute sich beschweren denn hier bremst ihr schon ziemlich scharf und wenn ihr die Maus bis ganz unten zieht dann habt ihr eine Notbremse also die solltet ihr vermeiden wenn ich das Bremsen symbolisieren sollte wie man das macht man bremst nie so das ist eine ruckartige Bewegung das ist wie ein plötzliches Treten auf Bremspedal die Leute werden meckern bremsen tut man wie folgt man zieht langsam runter und verstärkt den Bremsdruck so lange bis er zum Abbremsen bis zu dem entsprechenden Ziel reicht merkt ihr, dass ihr zu früh zum Stehen kommt löst ihr sie langsam wieder indem ihr die Maus wieder nach oben schiebt bleibt an der Haltestelle aber immer stehen indem die Bremse ziemlich weit angezogen ist damit ihr Wegrollen vermeidet denn ihr müsst ja um die anderen Elemente zu steuern unter Umständen aus der Maussteuerung heraus und dann ist es immer gut wenn die Bremse noch ein bisschen gedrückt ist alte Erfahrung also normales Bremsen ich bremse indem ich den Bremsdruck erhöhe wenn ich merke ich komme zu früh zum Stehen dann lasse ich die Bremse wieder etwas locker kurz bevor der Bus ganz steht ist es sowieso nicht verkehrt sie ein kleines bisschen wieder zu lösen damit der Stillstand nicht allzu abrupt ist wenn ich dann einmal stehe ziehe ich die Maus noch ein Stück runter damit die Bremse wirklich fest sitzt und damit zum Beispiel auch am Berg nicht anfängt zu rollen wie gesagt die Fahrgäste brechen sich ungern die Haxen ich weiß nicht ob sie es können ich glaube nicht aber in 2 für 2 werden sie vielleicht meckern den Mausmodus aktiviert ihr übrigens mit der Taste O das geht auch über das Menü das wird aber während der Fahrt extrem unpraktisch ich zeige es kurz das ist hier das ist die Taste für die Maussteuerung der Nachteil wenn ihr das über das Menü einschaltet der Mausfile ist ganz oben wenn ihr das da einschaltet wird der Bus also sofort losfahren keine gute Idee macht das mit der Taste O wann immer ihr die Maussteuerung aktiviert mit O tut das wenn der Mauszeiger mittig ist und im unteren Bildschirmbereich denn nur dann habt ihr die Garantie dass der Bus nicht gleich anrollt oder scharf einlenkt lenken tut ihr das ist ganz intuitiv indem ihr den Pfeil nach links oder nach rechts bewegt natürlich gleichzeitig mit Gas und Bremse das heißt eine Kurve fahren mit links das geht wenn ihr aber gleichzeitig Gas geben müsst müsst ihr natürlich auch nach oben das hier oben wäre also Vollgas mit einer scharfen Linkskurve das wäre Vollgas mit einer scharfen Rechtskurve das wäre eine Vollbremsung mit Lenken nach rechts also wenn da die Passagiere nicht meckern würde es mich wundern und das wäre eine Vollbremsung mit Kurve nach links jetzt hat Omsi allerdings die Eigenschaft sich anzugewöhnen euch möglichst nicht umkippen oder aus der Kurve ausbrechen zu lassen das kann irritierend sein denn seid ihr für eine Kurve für eine extreme Kurve zu schnell werdet ihr feststellen dass ihr mit dem links und rechts nicht den Lenkwinkel erreicht den ihr euch erhofft habt dann fahrt langsamer denn sobald ihr langsamer werdet lenkt der Bus bei dieser Mausposition wesentlich stärker nach links ein als es bei hoher Geschwindigkeit würde das ist ein Kompromiss es ist nicht ganz realistisch aber Fahren mit Maus ist eh nicht realistisch genauso wenig wie mit Tastatur es ist ein Kompromiss damit euch der Bus nicht aus der Kurve ausbrecht aber seid ihr zu schnell rammt ihr den Bordstein oder wer auch immer da drauf steht bzw. die gegnerischen entgegenkommenden Autos gegnerisch ist vielleicht ein bisschen falsch aber entgegenkommen trifft es recht genau warum ist jetzt nichts passiert weil die Maussteuerung nicht an ist denn wenn ich sie anschalte dann erscheint ein Fadenkreuz sind das schon die ersten Passagiere die zu mir wollen? na ich glaube nicht ich drücke es mal auf die Taste O und schon seht ihr das Fadenkreuz das zeigt euch an dass ihr in der Maussteuerung seid ihr seht ich kann hier lenken und ich kann sehr schnell lenken ich kann euch gefühlvoll und langsam lenken großer Vorteil gegenüber der Tastatursteuerung ihr könnt euch viel besser daran anpassen wie schnell ihr unterwegs seid weil ihr auch entsprechend schnell und langsam lenken könnt jetzt ziehe ich die Bremse an gehe ich nach oben hört ihr was macht die Bremse hat sich gelöst der Bremse arbeitet ja mit Druckluft Bremse anziehen die Bremse lösen gehe ich weiter nach vorne rollt er an ja ich glaube ich habe die Haltestellenbremse noch drin die lösen wir mal die war noch drin deswegen ist nichts passiert und jetzt seht ihr der Bus rollt an und wir bleiben wieder stehen ich rolle an und ich bremse plötzlich und er rupt das war jetzt noch harmlos weil er ganz langsam war aber er rupt mehr als wenn ich vorsichtig anfahre und wieder stehen bleibe also Maussteuerung einschalten mit O haltet euch unbedingt hier ungefähr in diesem Bereich auf damit der Bus nicht losrollt wenn ihr auf Maus umschaltet wenn ihr die Maus für etwas anderes braucht als zum Gas geben oder lenken dann bleibt ungefähr in der Position und drückt die rechte Maustaste oder nochmal die Taste O dann seid ihr automatisch raus aus der Maussteuerung ich wüsste nicht was die linke Taste für eine Bewand es hat während der Maussteuerung muss ich mal ausprobieren da passiert im Moment rein gar nichts keine Ahnung ob man sich was drauflegen kann aber normalerweise ist da nichts drauf ist die Maussteuerung mit O aktiviert kann ich lenken kann Gas geben und bremsen rechts klicken und ich kann irgendwelche Sachen bedienen mit O bin ich wieder drin mit O bin ich wieder raus oder eben raus auch mit der rechten Maustaste genug gelabert es ist in 12 Minuten Zeit für die Abfahrt ich stelle die Uhr jetzt ein bisschen vor und dann werde ich die Strecke mit der Maus fahren ich werde auch versuchen nicht umzuschalten zwischen Maus und Tastatur wenn es geht sondern Türen und dergleichen natürlich dann per Tastatur bedienen damit es etwas flüssiger vonstatten geht ich stelle mal 10 Minuten vor ich denke das war richtig ja da hinten sitzen auch schon Leute jetzt an der Haltestelle und es sind noch 2 Minuten bis zur Abfahrt das reicht um jetzt vorsichtig vorzufahren O für Maussteuerung ich hoffe ich muss nicht mehr umschalten und fahre mal vorsichtig dahin leicht anfahren und natürlich lenken nicht vergessen jetzt könnt ihr schön beobachten wie deutlich feinfühliger der Bus reagiert sofern ihr feinfühlig mit der Maus arbeitet so stehen wir ganz gut ich benutze jetzt die Maus nicht mehr ich kann auch mich umgucken mit der Tastatur während die Maussteuerung aktiv ist das stört nicht und kann zum Beispiel Fahrgäste reinlassen Hallo 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 Tag Guten Abend Hallo Guten Abend Guten Abend Hi Manni Guten Abend Keiner will eine Fahrkarte? Oh da habe ich aber Glück denn wenn ich eine Fahrkarte rausgeben will brauche ich die Maus oder aber ich mache den einfachen Modus mit T und Steuerung T aber hier wollte ja keiner einen auch gut es ist noch eine Minute bis zur Abfahrt zu früh losfahren ist unhöflich aber bei einer Minute kann man sagen ja ist okay wir machen das mal wir brauchen die Zeit vielleicht noch irgendwo normalerweise vermeide ich das fahren wir mal vorsichtig los drücken schon mal Q für die nächste Haltestelle Einstein auf Ausbau und dann die Mäste hier gibt es nicht zu viel Gas es schließe ich eine kleine Straße um die Kurve möglichst gut zu nehmen gerade wenn man übt sollte man das langsam tun wie gesagt mit der Maus bin ich auch kein Profi und wir bleiben vorsichtig wieder stehen Und jetzt gehe ich mal aus dem Haus oder raus, denn ich wette, es will auch mal jemand eine Fahrkarte haben. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ja, aber es ist Freundlichkeit, schadet nicht. Eine Kurzstrecke. Na, habe ich es nicht gesagt, er will eine Fahrkarte. Eine Kurzstrecke. 3, 30 zurück. Die will auch eine. Eine Kurzstrecke, bitte. Woher wusste ich das jetzt? Ganz einfach, die eine Fahrkarte wollen. Steigen, wenn sie können, durch diesen Türflügel ein. Kommen sie am leichtesten zur Kasse. Ansonsten steigen die Leute nämlich gerne hier ein. Ist immer echt im Leben, ja auch meistens so. Da steht dann draußen an alten Bussen gerne dran, Sichtkarten oder Eiben, Kasse. So kenne ich es zumindest von den alten Bussen, die hier früher rumgefahren sind. So ähnliche Modelle wie den hatten wir hier in Duisburg, wo ich wohne auch. Allerdings hatten wir hier keine Doppeldecker. So, ja, von der Zeit her ist es schon Zeit, wieder loszufahren. Die Minute, die wir Vorsprung hatten, ist fast um. Ja, es wird gerade rot, passend. Na gut. Ich fahre schon mal vorsichtig mit Maussteuerung vor. Jetzt hat es schon mal den Blinker. Da muss ich natürlich warten, das kann ich nicht ändern. Wenn die Haltestellenabstände kurz sind, könnt ihr unmittelbar nach dem Losfahren schon die nächste Haltestelle ansagen, beziehungsweise anwählen. Das ist jetzt Gausdorf. Wenn die Abstände etwas größer sind und der Bus nicht so neu ist, dass er schon automatisch die Haltestellen durchschaltet, das gibt es nämlich auch. Dann drücke ich persönlich die Taste für die nächste Haltestelle, beziehungsweise an, sage erst dann, wenn ich mich der Haltestelle auch nähere. Ansonsten finde ich das ziemlich blöd, man sagt eine Haltestelle an und ist noch 10 Minuten unterwegs, das ist ja irgendwie Quatsch. So, grün ist es, dann fahren wir mal. Der Gegenverkehr da sollte uns durchlassen. Er tut es nicht immer, wie ihr seht. Nein, der KI-Verkehr befolgt die Verkehrsregeln nicht immer genau. Ja, jetzt ziehen wir mal schnell rum, bevor das Taxi da ist. Das klaut mir den Platz ein bisschen den Platz mal ab. Wie schön gleichmäßig man noch eine Kurve fahren kann, wenn man mit der Maus steuert. Hättet ihr es gedacht? Viele von euch fahren vielleicht schon längere Zeit mit der Tastatur und fragen sich, ob das nicht noch besser geht. So, gemerkt, ich bin das nicht besonders gewohnt. Guten Abend. Nein, ich spreche nicht mit dem Computer, ich spreche natürlich mit den Fahrgästen. Ja, das ist schließlich eine Simulation. Wenn man sie ernst nimmt, darf man auch guten Abend sagen. Manche behaupten, das wäre ein Spiel. Nein, Leute. Eigentlich ist es um sich kein Spiel. Ich sage euch auch, warum OMSI kein Spiel ist. Erstens, weil es die Sache, die Thematik eigentlich ziemlich genau nimmt. Ein Spiel wäre wahrscheinlich mehr auf Unterhaltung und Action ausgelegt. Und das ist OMSI eigentlich nicht. OMSI ist streng genommen eine Berufssimulation. Man könnte auch sagen, eine Fahrsimulation. Aber es ist kein Spiel. Wenn ihr meint, cool, muss ich haben, will ich unbedingt mal ausprobieren. Alles schön und gut, aber ein Spiel ist das nicht. In OMSI hat man nur Erfolg, wenn man vernünftig fährt. Sonst verfehlt man irgendwo den Sinn und Zweck. Vielleicht habt ihr euch auch schon davon gehört. Es gibt sogenannte V-Busbetriebe, also virtuelle Busbetriebe, wo tatsächlich Fahrten koordiniert werden. Leider haben einige davon ihren Betrieb wieder eingestellt. Ich bin nicht sicher, ob es aktuell noch einen gibt. Zwei Stück fallen mir ein, den Rheinhausener Verkehrsverbund. Den gibt es leider definitiv nicht mehr. Es sollte zwar eine Neueröffnung geben, aber für den Moment ist die abgekündigt. Standpunkt, Zeitpunkt dieses Videos. Also November 2013 gibt es in der RSV nicht mehr. Was es auch lange gab und glaube ich sogar vorher gab, ich bin mir nicht ganz sicher, war BUS, Bus Union Spandau. Bezogen natürlich auf die Berliner Karte. Aber auch die gibt es meines Wissens mittlerweile nicht mehr. Das Ganze war insofern ganz gut, dass das Fahrten koordiniert wurden, jedoch feste Aufgaben hatte und regelrechte Schichten übernommen hat. So, zum Thema Ernst, den Omsi. Und der Ernstland jetzt laufen. Okay, Scherz beiseite, der Witz ist alt und flach. So, das war schon die vorletzte Haltestelle. Mordschmitze Krankenhaus wird die letzte sein. Und spätestens dann ist der Bus auch wieder leer. Ja, Haltestellenwunsch, genau. Leute, mir ist klar, dass ihr an der letzten Haltestelle aussteigen wollt. Da braucht ihr gar nicht drücken. Im Wagen gibt es übrigens auch irgendwo versteckt ein Schild. Das heißt, Wagen hält. Das rutscht jetzt auf, wenn die Leute gedrückt haben als Bestätigung. Das kennt ihr vielleicht aus echten Bussen auch. In echten Bussen wird nur noch mehr angezeigt, zum Beispiel die nächste Haltestelle. Sehe ich die Ampel natürlich äußerst gut. Gut, ich ziehe mal ganz vorsichtig ein Stück vor. Ah, das ist schon cool. Das dachte ich mir. So, und jetzt kommt meine Lieblingskurve auf dieser Karte. Denn die ist weg. Übrigens ist es keine Schande, wenn ihr mit einem Bus mal zurücksetzen müsst, weil ihr euch irgendwo ein bisschen verfranst habt an der Kurve. Achtet nur bitte unbedingt mit Hilfe der Taste F3 darauf, dass keiner hinter euch steht. Denn die Autos, die hinter euch stehen, können sich nicht aus dem Staub machen. Das funktioniert nicht. Und dann fahren wir schön langsam, damit sich Manfred hinten nicht aufregt. Und dann fahren wir schön an dieses Haltestellen-Schildchen ran. Und bleiben daneben stehen. Maus-Steuerung aus. Händere Tür auf. Und die letzten Leute können aussteigen. Ja. Die Haltestellenliste ist jetzt um einen Punkt kürzer. Denn eine Haltestelle gibt es ja auf der Rückfahrt nicht. Und wie ihr seht, die Zeiten waren alle in Ordnung. Wir waren hier durchweg eine halbe Minute bis Minute zu früh. Das ist noch im Rahmen. Mehr als zwei Minuten zu früh wird kritisiert. Ist auch extrem unhöflich gegenüber Fahrgästen, die noch kommen. Mehr als drei Minuten Verspätung. Ja, das kann passieren. Das könnt ihr gar nicht vermeiden, wenn viel Verkehr ist auf einer großen Karte. Aber mehr als drei Minuten wird natürlich als Verspätung kritisiert. Und die Fahrgäste meckern dann. Da heißt es dann zum Beispiel, der Fahrplan ist auch nur noch zur Dekoration, oder? Natürlich dürft ihr dadurch dafür auch in Gedanken oder in echt mal eine passende Antwort geben. Denn wenn es zum Beispiel Winter ist und ihr fahrt im Schnee, ja, dann versucht mal einen Fahrplan einzuhalten. Das ist dann schon verdammt schwer. Manchmal ist es überhaupt nicht möglich. Also nicht schämen. Einfach so gut machen, wie es geht. So, wir sind am Ziel. Wir haben diese Linie beendet. Ich werde jetzt den Fahrplan oben rausnehmen, damit nicht irgendjemand meint, ich komme nochmal rumgefahren. Fahrplan abbrechen. Und wenn ihr jetzt längere Zeit wartet, werdet ihr sehen, dass wieder ein KI-Bus auftaucht, der meine Aufgabe übernimmt. Und ich kann den Bus jetzt hier im Prinzip an dieser Stelle auch abrüsten. Das heißt, wieder verlassen. Was mache ich? Ich schalte das Licht innen aus. Zack, zack, zack. Das Fahrradlicht kann ich mir natürlich, wenn ich will, nochmal gezielt anschalten. Das ist auch der 6. Dann kann ich dem Bordinformationssystem bieteilen, dass ich keine Linie mehr fahre. Ich gebe einfach eine Nulllinie ein. Und dann nicht eine Route 0, sondern einfach Ziel 0. Das ist in den meisten Fällen ein Leerfeld. Zumindest, wenn es sich automatisch einstellt. Ich nehme hier entsprechend das Ziel zurück. Wir hatten gesehen, die 1 war Betriebsfahrt und 0 war ein Leerfeld. Also, stellen wir das einfach entsprechend ein. Das ist natürlich jetzt für die Leute, die den Bus nicht einfach von der Karte löschen und gut sein lassen. So, jetzt müsst ihr draußen in der Betriebsfahrt dran stehen. Genau, das gelbe Schild. Ja, eine Nummer brauchen wir auch nicht mehr. Wir drücken die F7, Bild abwärts. Lassen das Nummerchen verschwinden. F6 für das Nachbarfeld. Fahrlich brauchen wir auch nicht mehr. Korrekterweise betätigen wir die Feststellbremse. Die ist auf dem Punkt, auf dem normalen Punkt oder in dem ihr den Hebel betätigt. Dann sollte auch keiner mehr drin sein. N. Ihr hört, der Motor hat es gleich leichter. Mit M oder hier mit dem Knöpfchen stellt ihr den Motor ab. Und durchziehen die Zündschlüssel, beziehungsweise mit der Taste E die Elektrik. So. Das war eine erste Passagierfahrt auf dieser Linie. Ich hoffe euch, das hat euch soweit gefallen, das Video. In den nächsten Videos werde ich dann auf weitere Busse eingehen und die Unterschiede. Ich denke mal, ich werde vielleicht noch ein mittleres Mussmodell oder gleich den modernen nehmen. Und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann.